Disclaimer Oder die Spielwelt zu erleben kann Von deinen Erfahrungen und Erinnerungen Teils erheblich abweichen Lass uns unsere Erlebnisse Wir laden dich ein Sie mit uns neu zu erfahren Solltest du Handlungsstränge erkennen Bitten wir dich Wenn es denn unbedingt sein muss Diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren Beim Spiel Kann es zur Thematisierung Verschiedenster Ismen kommen Sollte dich eine Thematik Oder eine Verhaltensweise stören oder triggern Bitte achte auf dich selbst Und spule vor Zurück Überspringe eine Folge Oder schaue etwas anderes Aber bitte Quäle dich nicht mit dem Was wir hier tun Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen Als auch für euch ZuschauerInnen Zur Unterhaltung da sein Auch und gerade bei Themen Die schwierig sein können Bitten wir dich absolut Zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen Zu unterscheiden Alles ist fiktiv Nur ein Spiel Fühlt euch frei Charaktere oder Plotlines zu mögen Oder nicht zu mögen Aber übertragt diese Gefühle niemals Auf SpielerInnen Vielen Dank Und nun Viel Spaß mit der Runde Viel Spaß mit der Runde ision Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das ist eine ganze Ecke weit weg. Da muss man auf jeden Fall zwei, was haben wir gesagt, zwei Tages reisen. Braucht man bis dahin. Ich würde gerne ein bisschen überspringen und würde gleich in die Nacht einsteigen, bevor ihr die alte Dame ihr Anwesen erreicht. Vorher aber noch kurz eine Nachfrage, wie macht ihr das mit den Reisen? Seid ihr schnell, langsam unterwegs? Treibt ihr das Pferd bis zur Erschöpfung? Treibt ihr euch selber bis zur Erschöpfung? Also wie habt ihr das jetzt geplant? Wahrscheinlich desto schneller, desto besser. Ja, ich meine, die sitzen auf dem Karren, wenn auch vielleicht mal neben dem Karren herlaufen, zumindest um das Pferd zu entlasten. Und dann halt, so schnell wie es geht, Kinder sind ja immer noch auf dem Wagen. Welche Route wählt Mora? Auf den Hauptstraßen oder irgendwelche Schleichwege? Wenn es sich vermeiden lässt, dann würde sie sie nicht die Hauptstraße nehmen. Wenn es nicht anders geht und es deutlich zügiger wäre, hier und da mal die Hauptstraße zu nehmen, dann tut sie das auch. Okay. Wer von euch kann gut den Karren fahren? Ja, ich denke, Mora macht das ja seit eh und je. Ja, Elena kann halt mit das Pferd vorne führen. Also sie wird dann nicht die Karren lenken, sie wird dann wahrscheinlich das Pferd vorne führen, indem sie Mora mal ablöst. Die Kutsche fahren ist doch was anderes, wie ein Pferd reiten. Ich finde, so ein Herr von Kutschpferd sitzen, glaube ich, geht nicht so wirklich drauf reiten, seitdem es ein spezielles Geschirr. Sie wird dann auch mal die Pferde für übernehmen. Ich denke, dass Osco nicht, also er hat bisher noch nie einen Karren gefahren oder ist geritten. Aber ich denke mal, das würde der auch für den Klinger. Ansonsten würde er auch natürlich, sollten die anderen mal Schlaf nachholen müssen, wird Osco auf jeden Fall dann die letzte Wache mal übernehmen zum Sonnenaufgang, da er dann noch ein bisschen Zeit hat, wieder sich mal seinem Buch zu widmen, was er auch bei sich trägt. Also ich glaube, Astanio wird vor allem, nachdem Jandrek gesagt hat, dass das vermutlich ein Dämonenpferd ist, ein Teufel tun und dieses Pferd in irgendeiner Weise führen und sich eigentlich so weit weg von diesem Pferd wegsetzen, wie es eigentlich möglich ist. Nie im Leben, nicht. Das hat man ihm anders beigebracht. Ja, und Jandrek kann zwar reiten, aber mit einem Karren ist er noch nie gefahren, zumindest noch nie geführt und deswegen tut er das auch nichts und hält sich an Osco und ruht sich aus, nachdem er ja einen ziemlich turbulenten Tag hinter sich hat. Ja, die Reise wird dann wahrscheinlich sehr anstrengend sein für euch alle, wenn ihr es auf Schnelligkeit anlegt, wird da niemand großartig jetzt sich ausruhen können bei den ganzen Aktionen. Aber gut, gehen wir dann in Time, es sei denn, jemand hat noch etwas zu erwähnen. Gut, na, meinen Stift, ich jetzt, wenn er jetzt alle geht, ist das ein bisschen blöd. Na, hoffentlich funktioniert er vielleicht noch. Okay. Dann gehen wir in die Rabenmark. Die Ost-Rabenmark, 1037 nach Bosporans Fall. Die Ost-Rabenmark, 1037 nach Bosporan, 1037 nach Bosporans Fall. Dass sie schon weiß, wem man vertrauen kann hier in der Ost-Rabenmark und wem nicht. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch bei dem Gedanken auch unwohl, Heil in den Händen einer solchen Person zu lassen. Und vor allen Dingen nicht zu wissen, auf wen ihr da jetzt zusteuert. Und auch Mora weiß gar nicht, ob die alte Dame überhaupt noch lebt, weil die war jetzt schon ziemlich alt, als sie das letzte Mal gesehen hat. Und das ist auch schon einige Zeit her. Die alte Dame wohnt, so viel hat euch Mora beraten, auf einem alten Gutsanwesen weit ab von einigen Dörfern. Nicht außerhalb von jeglicher Reichweite, aber fern genug ab von der Zivilisation, als ob jemand sie behelligen würde, der einfach nur so durchreist. Von daher das perfekte Versteck für eure drei Kinder, die ihr mit euch führt. Die drei, die immer noch schlafen. Und das eine Kind, was nicht schläft, sondern sich lauteils beschwert, ob der Strapazen eurer Reise. Ja, sie kann ja auf dem Wagen sitzen, auf dem ganzen Tag auf dem Wagen sitzen. Scheucht sie jetzt da nicht darunter. Rappelt, ruckelt. Musst du damit leben? Ja, durch entschieden, wo fast ohne Rast, nur die nötigsten Rast, ruhend sind einzunehmen, schnell, so schnell es geht, durch die Ostrabenmarkt zu reisen. Das Wetter hat sich etwas verbessert, der Regen hat aufgehört und hat Platz gemacht für einen, ja, nass, kalten, nebligen, dunstigen, grauen Tagesablauf. Die Sonne kommt nur sehr selten hinter den Wolken vor. Und da die meisten Bäume schon, die ihre Blätter verloren haben, wirkt dieser Teil eurer Fahrt, weil Mora euch von den Straßen ab durch einige Waldstücke führt, noch trostloser ist es vielleicht. Noch war es Jandrik vor ein paar Wochen hier durchgekommen ist, ganz in der Nähe. Diesen Weg, den Mora jetzt einschlägt, hat Jandrik nicht gefunden oder nicht gehen wollen. Jandrik weiß, dass er jetzt wieder genau in die falsche Richtung unterwegs ist, aber dieses Heil der Kinder geht vor. Jetzt. Hauptsache, es geht schnell. Er guckt etwas unzufrieden in die andere Richtung. Er weiß, er muss dahin, sobald wie möglich. Aber ja, das Heil der Kinder geht vor. Er ballt die Fäuste und sagt nichts. Euer Pferd, das sogenannte Dämonenpferd mit dem Namen Schwinge, braucht relativ wenig Zuwendung. Es führt euch schnell und schnurstracks dorthin, wo Mora oder die anderen, die den Wagen lenken, es hinführen. Hin und wieder ein Schnauben. Manchmal bleibt es stehen und meistens dann, wenn Jandrik in sich gekehrt hinten auf dem Wagen sitzt, merkwürdigerweise. Manchmal aber auch, wenn Osko hinten sitzt und die Augen geschlossen hat. Hin und wieder, wenn Astanio schimpft, dass es nicht so schnell weitergeht und ein Pryos-Fluch über den Lippen stößt. Von Elena lässt es sich nur sehr unwillig und widerwillig führen. Einzig Jandrik, wenn er nicht in sich gekehrt ist und Mora können das Pferd schnell bewegen. Was mehr lernt ihr schnell? Also Jandrik, wie ihr so schnell ein Pferd auftreiben konntet, das ist mir ein Rätsel. Ich bin halt ein glücklicher Bursche. Was soll ich sagen? Ziemlich großes Tier. Stolzes Tier. Was hat euch das gekostet? War nicht viel. Zwei, drei Silberwand. Ich war schon gar nicht mehr wirklich. Das ist ein Witz, oder? Ich habe euch doch gesagt, ich bin nicht sicher, was es mit diesem Pferd auf sich hat. Wahrscheinlich würde es uns am Ende in die Niederhöhlen, aber wir haben nicht viel Auswahl, oder nicht? Zwei, drei Silber. Der Ritter, der es mir verkauft hat, diese Gestalt ohne Augen, er hat uns am Ende nachgesehen. Ich will hoffen, dass er es nicht zurück will. Und euch würde ich den Rat geben, es nicht für zwei, drei Silber weiter zu verkaufen. Das Tier ist das Zehnfache wert, wenn nicht sogar mehr. Wir werden das Tier sofort los, sobald wir können. Ich reise keinen Tag länger mit diesem Mistvieh, als ich muss. Schimpf doch nicht so. Es ist ein gutes Tier. Ohne dieses Tier werden wir verloren. Ohne das Tier. Wir werden deutlich länger zum Wald brauchen, wenn wir das Ganze zu Fuß gehen müssten. Das mag mich nicht sonderlich, aber ja, trotzdem ist es ein gutes Tier. Kräftig gebaut. Naja. Wie weit ist das noch? Ich denke, wir sollten bald rasten. aber am nächsten Morgen müssten wir ankommen. Aber wir schaffen es nicht mehr. Nicht in dieser Nacht. Und dabei schaut Mora auf die Straße, schaut ein wenig in den Himmel, wo es jetzt dämmert und immer dunkler wird. nicht halt mal ausschauen nach irgendeiner Lichtung oder einem trockenen Plätzchen. Bitte dort, wo man auf jeden Fall Holz finden kann, was verwertbar ist. Wäre wichtig. Natürlich, natürlich. Für einen Moment sieht es so aus, als wollte Jandrick widersprechen. Als wollte er sagen, man muss ja doch weiter, aber er kriegt den Mund kaum auf. So müde ist er und sagt nichts. Ihr findet tatsächlich einen guten Platz zum Ausruhen. Eine kleine Lichtung. Mit tatsächlich einigen alten, knorrigen Bäumen, die man gut schlagen kann und die gutes Feuerholz abgeben. Astanio wird vom Feuerholz sich genau nach der Anzahl der Gruppe sich Stöcke einsammeln, die ziemlich groß sind. und wird anfangen, daran herumzuschnitzen und ein paar Sperre zu machen. Mora wird sich darum kümmern, das Pferd anzubinden und ein wenig abzubürsten und mit Osko zusammen wahrscheinlich ein Feuer zu machen. Genau, Osko wird sich auch bereitwillig dazu erklären, auch ein Feuer zu machen und er kam dann, wenn das Feuer bereits brennt, einen kleinen Topf hervor, füllt ihn mit Wasser und öffnet dann eine seiner Taschen an seinem Gürtel und holt da getrocknete Blätter hervor. Ich würde ein wenig Tee machen. Ich denke mal, das wird allen hier guttun. Oh ja, was warmes zu trinken? Diese nasse Kälte, die kriegt mir in die Knochen. Ja, das dachte ich mir. Deswegen hatte ich das hier mitgebracht und Osko greift in seine Tasche rein, holt eine Handvoll von diesen getrockneten Blättern davor und tut sie direkt in das heiße Wasser hinein. Apfelblätter. Apfelblätter. Am besten direkt die vor dem Apfel selbst. Hier sollten unsere mühlen die Knochen ein bisschen beleben. Eier. Wenn man noch was holzt. Mora geht kurz an den Wagen und nestelt an der Seite in einem, in einer Kiste herum und nimmt einen Beil aus der Kiste. Etwa so lang wie ihre Oberschenkel. Gut gearbeitet, beertig für die, die es sehen und hängt sich dieses Beil an den Gürtel und tritt dann hinter die Kutsche und geht ein wenig über Unterholz noch ein wenig Feuerholz sammeln. Jandrick schaut zu Jelena. Wir sollten das Gebiet sicher sein, dass hier niemand sonst noch ist. Gehst du in den Norden, nicht in den Süden? Ja, mache ich. Dann nickt Jandrick stellt sicher, dass sein Schwert bei ihm ist, dann geht los. Jelena geht entsprechend mit bezogenem Schwert in die andere Richtung. Die Hand an den Säbel hat sie noch keine Hand gelegt, der ist immer noch mit einem roten Schnur zugebunden. Tänkt einfach an der Seite und schlackert da rum. Während ihr die Gegend erkundet, Mora Holzfeld, Astanio schnitzt und Osko den Tee macht, fällt Osko ein merkwürdiger Geruch auf, der den des Tee übertüncht. Du hast diesen Geruch schon einige Male wahrgenommen in den letzten paar Stunden. Süßlicher, widerwärtiger Geruch von Verwesung. Osko steht auf, und schaut sich kurz um, nach links, nach rechts, ob er irgendetwas erkennen kann, was diesen Geruch verursacht. Da ist nichts außer Astanio und dem Pferd. Die anderen sind unterwegs. Astanio? Riecht dir das auch? Astanio kann es nicht riechen. Was? Dann ist alles normal, er riecht den Tee. Den Tee? Ich denke, der muss noch ein bisschen ziehen. Ja, das weiß ich, aber merkwürdig, ich, noch einmal ziehe ich Luft ein, dann zieht Osko Luft ein. Ich kriege hier irgendetwas Fauliges. Steht eine Verwesung hier. Ja, aber mach dir mal, ich denke, das macht der ganze Stress in letzter Zeit. Das ist ein bisschen viel für dich, Junge. Aber bevor du dich hier so total grämst und Astanio wird sich Holzspäne von seinem Schoß wischen und Osko einen Speer in die Hand drücken, den er geschnitzt hat und wenn Osko ganz genau hinschaut, dann merkt er, dass in diesen Speer ein Zeichen eingraviert ist. Und das Zeichen wird er wahrscheinlich sehr gut kennen, weil es ist das Zeichen der Perreine. Ich danke euch. Oh, sehr schön. Aber ihr wisst doch, ich und Osko hält den Speer etwas amateurhaft in den Händen. Ich kann doch nicht damit umgehen. Speer, Schlagseite an den Arm. Ja, ihr hattet mir das schon mal erklärt, ich weiß. Du wirst hier draußen drauf gehen, wenn du dich nicht an deine Lehrstunden hältst, Junge. Das hat nichts mit Halten zu tun. Ich konnte ihn nur nicht verinnerlichen. Asano wird seufzen und sich hinter Osko stellen, ihm einmal einen Tritt zwischen die Beine geben, sodass er dann auch gerade stehen kann. Fester Stand, ihm den Speer richtig auf den Arm lehnen. Ich bin kein Kind mehr als Tanyo. Du kannst es immer noch nicht. Nein, und ich werde es auch nicht können. Wenn du dir einredest, es nicht zu können, mein Lieber, dann bist du der Erste von uns, der drauf geht. Und das könnte daraus resultieren, dass ich dir den Kopf abschlagen muss. Und das werde ich eindeutig nicht tun. Ich hoffe, dass das nicht notwendig wird. Ja, dann Gottverdammt noch mal verinnerliche endlich mal deine Lehrstunden. Ja, aber sprech nicht mit mir wie mit meinem kleinen Kind. Es hilft ja wohl anscheinend, wenn ich das so mache. Nee, tut es nicht. Oskot schlackert einmal seine Beine aus und schaut etwas sauer cremig in seine Asthanos Richtung. Ich bin kein kleines Kind mehr. Und du verhältst dich trotzdem meistens noch so. Ja, auch. Ich erinnere mich nur an gestern oder vorgestern. Scheinbar etwas, was wir gemeinsam haben. Auf einem Ast hinter Asthanos auf deinem Baum sitzt ein Rabenvogel und krächzt vor sich hin. Er die Flügel ausschlägt und in den Himmel zieht. steh mir bei. Ich hoffe einfach mal, ich habe alle erwischt und dass das einfach nur eine normale Krähe ist. Wollen wir es hoffen? Mich irritiert immer noch dieser Geruch hier. Er wird sehr penetrant, überlagert jetzt auch den Tee und das ist eigentlich das Einzige, was du riechst. Das wird auch noch schlimmer. Ich gehe mal kurz, vielleicht liegt irgendetwas hier in der Nähe. Du bist bestimmt nicht alleine, wenn, gehen wir zu zweit. Ich kann zwar hier nichts riechen, aber ich vertraue dir mal deine Nase. Und Daniel wird das Schwert von Alricio zücken. Und halt den Speer gerade. Lass erstmal kleinere Kreise um das Lager ziehen. Ich will mich noch nicht zu weit entfernen. Immerhin sind Jandrick und Ilena ja schon unterwegs in verschiedenen Richtungen zwar, aber sie werden sich einer Sache ziemlich gleich gewahr. Neben dem lauten Holzhacken Geräusch von Mora und einigen wütenden oder etwas leiser werdenden Geräuschen von Astanio und Osko. Im Schnauben des Pferdes und dem Krächzen eines Rabenvogels werdet ihr nun gewahr, dass die Wolkendecke ein bisschen aufreißt und das Madermal freigeht. Und dann ist da etwas was über die Maderscheibe zieht. Ein Schatten. Ein großes Schatten Ding mit weiten Flügeln durch das Licht des Madermals gut sichtbar werdend bleibt es kurz als würde sich es zeigen wollen vor dem Madermal stehen. Ein riesiger Wurm mit Flügeln, ein Drache. Elena macht kehrt und geht zurück zum Lager mit seinem verdammt erkenne ich den? Erkennt Elena den? So kann sie normaler Drache schaust genauer hin. Also Elena hat noch nicht so viele Drachen gesehen. Genau zwei, genau. Dieser ist etwas kleiner als die jene, die du gesehen hast. Und vor allen Dingen scheint der etwas zu fehlen, Hautstücke fehlen und dieses geläpptes Drachen tritt deutlich hervor an der einen oder anderen Stelle. Aber auf dem Rücken des Drachen sitzt ein Reiter. Ein schwarzer Ritter mit Rüstung. Elena rennt zurück zum Lager. Jandrick hat exakt noch keinen Drachen bis jetzt gesehen. Der Staat blickt da hoch und als er den Reiter sieht, stürzt er. Versucht genauer zu erkennen, dieser Reiter kommt dir bekannt vor? Dafür ist er zu weit oben in der Luft, um ihn genau zu erkennen. Du siehst die Rüstung eines Ritters. Es könnte der sein, der dir das Pferd verkauft hat. Wie viele schwarze Ritter mag es hier in diesen Landen geben? Aber auf einem Drachen reiten, der auch dazu noch dem Fleischstücke fehlen, in den Schwingen und an den Beinen und am Kopf. Aber dieser Drache, sieht du als das flöge er weiter? Oder ist der ein Begriff? bleibt fliegt dann weiter hinter die Wolken? Hendrik beendet seine Runde noch, wie er sie sich vorgenommen hat. Dann geht auch er zurück. Stanie und Osko haben das gar nicht richtig wahrgenommen, weil sie auf dem Boden irgendetwas Verwesendes suchen und gar nicht auf das, was am Himmel ist geachtet haben. Vielleicht hat Mora es mal genommen, wenn sie nicht zu abgelenkt war durch das Holz hacken. Ja, Mora würde sich dann auch, wenn sie das noch kurz im Augenwinkel gesehen hat, aufrichten und eine Gänsehaut würde ihr über den ganzen Körper zucken und dann macht sie sich auch so schnell, sie kann mit einem Bündel Holz unterm Arm wieder auf dem Weg ins Lager. Mora, die viel herumgekommen ist in den Schwarzen Landen, weiß etwas, weiß so viel, dass diese Gänsehaut berechtigt ist. Es gibt eine Entität in den Schwarzen Landen, die auf einem untoten Drachen durch die Schwarzen Lande zieht. Der Seelensammler. Sie rennt, die letzten 100 Meter rennt sie tatsächlich aus dem Unterholz brechend zurück auf die Lichtung und schaut sich um, erblickt vielleicht Osko und Asthanio oder Beruhigung und kommt ein wenig aus dem Atem zum Stehen. Wo sind die anderen? Kurz Zeit später brechen Jandrick und Elena auch aus dem Unterholz. Ich habe den gesehen. Was ist der los? Ich habe es gesehen. Es ist der Seelensammler. Was ist ein Ding? Ein geflügelter Reiter. Ein Unheil. Ein böses Ohm, wenn er mich fragt. Vor allen Dingen eine Gefahr. Dieser Reiter sah ein bisschen so aus wie der Mann, der uns das Pferd verkauft hat. Bist du dir? Nein. Okay. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber die Tatsache, dass ich mir auch nicht sicher bin, dass es nicht ist. Naja. Trägt nicht geradezu meine Beruhigung bei. Assanio wird zu seinem Schnitzplatz zurückrennen und mit einem bündel voll angespitzten Stöcken wiederkommen. Viel helfen wird es nicht. Aber was willst du mir mitmachen? Feuer? Klappe. Und wird hier einfach einen dieser Sperre in die Hand drücken und wird es auch mit dem Rest tun. Und alle außer Elena werden feststellen, dass eine Gottheit auf den Sperren festgeschnitzt ist. Das heißt, für Mora einmal Fex, für Osco wie gesagt die Reine, für Yandrick einmal Boron. Genau. Elena hat keine mit großer Absicht und er selber hat einen Sperre den er versucht zu befestigen mit einem Prajos Zeichen drauf. Yandrick wollte es sein, schon achtlos zur Seite werfen, aber als er das Zeichen sieht, hält ihn nochmal, schaut ihn an und schnallt ihn sich dann auf den Rücken, man kann nicht wissen. Danke, Ostanio. Osco konzentriert sich in der Zwischenzeit nochmal, rieche ich immer noch diese Verwesung? Ist immer noch allgegenwärtig für dich, alle anderen riechen nichts. Osco schaut etwas verunsichert in die Runde. Ist in Ordnung? Könnt ihr das nicht riechen? Stink den Tee. Nein, nicht der Tee. Hier ist etwas anderes. Stink nach Verwesung. Okay. Dieser Seelensammler, was ist das? Wenn ich das wüsste. Seelensammler hat Nura bis jetzt immer für eine gute Nacht Geschichte gehalten. Was, was man Kindern erzählt, um ihnen Angst zu machen. Nicht mehr als eine Gestalt ist, eine Märchen oder einer Schreck Geschichte, dachte ich bisher. Aber wenn ihr nicht alle drei dieselbe Illusion gesehen habt, dann ist das eine schreckende Realität. Das war keine Illusion. Ich weiß, wie Drachen aussehen. Das bringt nichts. Diese Gestalt weiß, dass wir hier sind, da bin ich sicher. Wir können nichts dagegen tun. Die Speere werden nichts dagegen tun. Wir müssen schlafen. schlafen. Und vielleicht auch noch zur Ruhe kommen. Dann geht ihr schlafen. Ich mache die erste Woche. Ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Aber nehmt euch vorher noch einen Becher Tee. Der sollte auch die Nerven etwas beruhigen. Hendrik nimmt sich einen Tee, schlürft zwei Schlücke aber dann lehnt er sich auch schon gegen den Karren und ist praktisch sofort eingeschlafen. Ein kurzes Gebet noch auf den Lippen, dass das Pferd unruhig werden lässt. Mora würde sich auch einen Tee nehmen, zwei, drei Schlücke trinken und dann nochmal auf den Wagen klettern und versuchen einen wenig warmen Tee den schlaffenden Kindern zu geben, ob sie zumindest trinken oder trinken müssen. Zumindest die Lippen kannst du benetzen, außer Fenja wird aber niemand etwas richtig zu sich nehmen. Ja, Fenja würde Elena sich dann auch kümmern, ihr was zu bringen und sich dann auch mit Fenja eigentlich dass das Pferd scheut als Jandrick sein Gebet spricht? Ich habe es so verstanden, dass Jandrick das so in sich hinein gemurmelt hat, ich weiß nicht, ob das so sichtbar erkennbar war. Er war schon halb im Schlaf, es ist eher ein gut trainierter Reflex, dieses letzte Gebet an Boron zu richten. Das, was Astanio mitkriegt, ist, dass es öfters mal unruhig vor allem wenn Elena in des Pferdes Nähe kommt oder Jandrick oder Osco. Dann wird sich Astanio, wenn alle eingeschlafen sind, mal dem Pferd nähern und das Pferd untersuchen. Das Pferd steht da, schnaubt vor sich hin. Das ist ein ganz besonderes wie ich und wird irgendwie Anstalten machen, zu gucken, ob er irgendwo Rippen oder Knochen aus diesem Pferd herausstehen sehen wird. Es ist ein wohlgenährtes, starkes Schlachtross. Was in den Namen der Götter bist du? Und Astanio wird sich abwenden vom Pferd und still vor sich hin summen, während er die Wache hält. Als Osko eingeschlafen ist, wacht er kurze Zeit später, schlägt die Augen wieder auf. Zuerst das eine, dann das andere. Du blickst hinauf auf die dunklen Schlieren, die über den Himmel ziehen, nun wieder an der Madamal vorbei. Eigentlich ist es stockdunkle Nacht. Warum bist du denn wach? du hörst noch wie Astanio irgendwie herumstreift. Es ist noch nicht deine Zeit, Wache zu halten. Eigentlich schläfst du immer wie ein Stein, wenn du den Tee getrunken hast. Aber da, eine kleine Bewegung, ein Flügel schlagen. oder war das eine Einbildung? Schnell blickst du umher und stellst fest, dass du dich gar nicht bewegen kannst. Wolltest Astanio rufen, weil das Flügelschlagen aus seiner Richtung kommt, aber du kannst dich nicht bewegen, du kannst deine Lippen nicht mehr bewegen, deinen Kopf nicht drehen, deine Augen blicken panisch umher, dein Puls beschleunigt sich, aber dein Körper bleibt still und nutzlos liegen. Aus dem Gebälk heraus fliegt ein Vogel über Astanio hinweg, lässt sich zuerst auf seinem Kopf nieder und er scheint es gar nicht zu bemerken. Dann stößt der Vogel sich ab und flattert zu dir herüber. Ein pech schwarzer, pracht voller Rabe. Doch das was auf deinem Brust landet ist dann kein richtiger prächtfälliger Vogel mehr. Der Vogel legt den Kopf schief und nun sieht er aus wie ein gerupfter und gebeutelter Vogel. Flügel hängen entkräftet an der Seite herab. Als wäre er im Flug verwest. Er nähert sich deinem Gesicht und für einen Moment fürchtest du, dass er nach dem letzten trachtet, was du von deinem Körper noch kontrollieren kannst, nämlich deine Augen. Und dann berührt er deine Stirn und dein Blick schweift weit in die Ferne ab. Alles verschwimmt vor deinen Augen. Und du siehst nur noch einen großen Baum, der sich majestätisch wie über den Raben erhebt. Viele, viele Raben siehst du auf den Ästen des Baumes sitzen. Der Rabe erhebt sich, lässt seine Brüder und Schwestern auf dem Baum hinter sich, schwingt sich auf in eine klare dunkle Nacht, eine andere Nacht, als du eben noch gewahr warst, ein freier Sternenhimmel. Immer weiter geht sein Flug bis in die Sterne selbst. Aus seinem Flug wird ein Trudeln, dann ein Fallen und immer tiefer in die sternenlose Finsternis fällt er. Seine Federn werden von ihm gerissen, Haut und Fleisch beginnen sich nun zu lösen und noch immer stürzt er weiter, schneller, tiefer, weiße Berge, Hügel schälen sich aus der Dunkelheit. Ein fahler Glanz geht von ihm aus. Sanft setzt sich der Vogel nun auf den Merkt, wie wenn Holz auf Holz trifft. Doch nicht Holz verursacht das Geräusch, sondern Knochen und Gebein, Hügel von Knochen, nein, Berge von Knochen. Der Vogel blickt nach vorne, auf einen bleichen Thron in der Mitte dieser Einöde, von dem sich seine Herrin nun mit erbarmungslosen Augen erhebt und Osko mustert, wie er auf dem Knochenberg liegt und dann erwacht. Osko richtet sich auf und er schaut sich um. Siehst wieder den Wagen, du siehst Astanio, die anderen, die schlafen. Mit schreckgeweid in Augen schaut er in Astanios Richtung. Astanio! Du siehst Osko in Schweiß gebadet und zitternd. Junge, was ist denn bei dir los? Osko greift sich mit seiner schweißnassen Hand in sein Gesicht, fühlt sich über seine Stirn und schließt kurz die Augen. Ein Albtraum. Wenn du die Augen schließt, kommt sofort das Bild von den Gebeinen unter dir wieder vor. Du fühlst es quasi wie unter dir, die Knochen knacken immer noch jetzt, du die Augen wieder aufmachst, das ist alles normal. Aber dieser merkwürdige Verwesungsgeruch ist immer noch in deiner Nase. Ein Albtraum von der dunklen Mutter wahrscheinlich. Ich kann nicht mehr schlafen. Bei den Worten wird wahrscheinlich Astanio ausspucken. Osko schiebt sich nur schwerfällig nach oben und tritt dann zu dir ans Feuer. Es war grauenvoll. Ich lag zuerst da, aber ich konnte mich überhaupt nicht rühren. Nichts, nur meine Augen konnten umher blicken und da war wieder dieser Rabe. Ihr erinnert euch doch von vorhin. Rabe? Ja, er sah eigentlich prachtvoll aus, aber ich konnte mich nicht rühren, gar nichts davon und nachher so viele Raben und ein Baum voll von ihnen. Osko atmet schwerfällig aus und überall Gebeine und sie auf diesem bleichen Thron. In diesen Land sind Träumen nicht unbedingt harmlos. Ich weiß, aber keiner von ihnen war bisher so wie der. Ich habe diese Hilflosigkeit gefühlt das Tanja. Ich war paralysiert, ich konnte nichts tun, außer es hinzunehmen. Wenn ich die Augen schließe, kann nichts wieder hören. Dieses widerliche knackende Knochen. Gibt's noch etwas Tee? Ich habe nichts getrunken und Asano wird dir seinen Becher hinhalten. Osko nickt mit dem Kopf. Danke. Fühlt sich ein und trinkt. Und Asano bemerkt, dass er versucht, seine Augen so windig wie es geht zu schließen. Hast du was im Auge? Nein. Nein. Es ist nur so, jedes Mal, wenn ich nur kurz die Augen schließe, fühle es sich an, als wäre ich wieder in diesem Traum. Diese lernte genau langsam mich wahnsinnig zu machen. Hast du die Figuren dabei? Einen kleinen Moment. Osko geht wieder zu seinem Rucksack, den er an seiner Schlafstätte hat liegen lassen und kam tatsächlich auch die Figuren hervor. Die hätte ich doch niemals da lassen können. Sehr gut, sehr gut. und was Tanjo malt mit seinem neu errungenen oder neu geschnitzten Speer so sagen das Spielfeld auf. Ich denke, schlafen wirst du eh nicht mehr können und das lenkt dich zumindest ein bisschen ab. Vielleicht kriegst du es sogar hin, mal deinen alten Meister zu besiegen. Aber ich glaube nicht. Und das wird sich grinsend hinsetzen. Wenn schon nicht im Wachenzustand, dann vielleicht da im Geschwächten. Kommt, wir spielen eine Runde. Abseits von eurem Spiel findet Elena nur schwierig Schlaf, wälzt sich hin und her. Immer sich versichernd, dass ihre Tochter noch squeak schleifen tut. Bis dann endlich die Augen zufallen vor Erschöpfung, fällst du in einen tiefen, erst traumlosen Schlaf. Doch dann schält sich ein Bild heraus. Ein bekanntes Bild, das du so lange verdrängt hast, wie es nur ging. Das Bild von Kurkum und der Schlacht, die letzten Atemzüge deiner Königin. im Kampf gegen dieses merkwürdige Wesen oder diesen Mann mit den schwarzen Haaren, der die Seele seiner Mentorin nehmen wollte und die mit einem letzten Gebet an Rondra sich davor retten konnte. Den Geist oder was auch immer es war, das in den Körper des Mannes gefahren ist, der dann mit den grünen Augen und diesen merkwürdigen schnell gewachsenen Schwingen der Hochkönigin ein Ende bereitet hat, ohne dass du etwas machen konntest, ohne dass du einen Finger rühren konntest, hilflos, zusehend und doch genau wissend, dass jede Konfrontation mit ihm dein Ende bedeutet hätte und so findest du keinen ruhigen Schlaf, sondern hörst immer nur die letzten Todesschreie, die eigentlich gar nicht genauso waren, aber in deiner Vision, in deiner Erinnerung sieht es viel erniedrigender aus, als es in Wirklichkeit war und diese tiefgrünen Augen starren dich an, ein Nicken, ein Lächeln, siegessicher, so war es nicht, so war es nicht und doch schreitet er auf dich zu, reicht dir seine Hand. Elina wird dann zurückweichen, ihren Arm hoch ziehen und feststellen und der ist ja gebrochen, aber denselbe ziehen und zurückweichen und sagen, nein, du kriegst mich nicht, vergiss es, ich bin nur einer treu ergeben, das ist die Läuinn. Wieder wird das Lächeln breit, fast zu breit und entblößt blanke Zähne. Dann hebt sich ein skelettartiges Pferd aus dem Boden, als würde es aus den Knochen der Gefallenen erstehen und der Mann, der nun eine schwarze Rüstung trägt, schwingt sich auf den Rücken und dann hörst du ein, wir werden sehen, wer wem nützt. Und Elena erwacht. Sie erwacht auch mit einem tiefen Atemzug, schaut zu ihrer Tochter, die Gott sei Dank noch ruhig schläft, schiebt sie vorsichtig von ihrem zur Seite, kriegt unsere Decke hervor, rutscht dann auch aus dem Wagen hervor und kommt auch ans Feuer. Sie geht nicht so aufrecht, wie ihr das gewohnt seid, wenn ihr den Boden vielleicht rascheln hört. Setzt sie einfach stummt zu euch dazu ans Feuer, hat euch noch einen Becher Tee. Was ist los, Elena? Oh, äh, ein Albtraum? Aslo schaut etwas verwundert. Ah, du auch also. Ich auch. Habt ihr das verabredet oder sowas? Nein. Nein. Weiß ich nicht, vielleicht dieser Ort, ich konnte auch nicht schlafen. Der Ort, das Linas Blick geht zum Pferd. Pferd grast munter vor sich hin. Sobald wir die Kinder gebracht haben, weggebracht haben, wenn wir morgen da sind, werden wir dieses Pferd los. Es ist mir egal, wie lange wir dann zum Wall brauchen. Meine Rede. Das, was ich habe von Kurkum geträumt, von dem Mann, der besessen war, von dem Rabendämon war. er sprach zu mir, er wollte mir die Hand reichen und ich habe gesagt, dass ich ihm nicht helfen werde, aber er ist dann auf ein Pferd aus Knochen gestichen, schaute mich an, er hat schwarze Rüstung, so wie Janbrink es beschrieben hat, wie der Herr, den wir gesehen haben, der da stand, sagte, wir werden sehen, wer wem nützt, wer auch immer das ist, scheinen noch Kleine zu haben und das Pferd mag mich ja nicht, also mich auch nicht, zu Fuß gehen, ja, das mag uns alle nicht, die gläubig sind, naja, das wundert mich irgendwie nicht hier in diesen Landen, das mag Jandrick, außer wenn er betet, ja, Jandrick, außer wenn er betet, ja, seltsam, und Mora, und Mora, ja, komm, komm doch ein bisschen näher, vielleicht könnt ihr mir ja helfen hier, gegen den alten Mann, ich soll dir helfen, also ich sehe schon, ich sehe die Züge und ich weiß, was dir so als nächstes kommt, und was du tun könntest, aber du lernst ja nichts, wenn ich dir jetzt helfe. Sie möchte einfach nicht zugeben, dass sie um einiges schlechter ist, als ich in diesem Spiel. Und dass Talio gerinst. Ich bin schlechter wie du, aber ich sehe, was du vorhast, das sehe ich. Und was Osko dann blüht, wenn er das tut, was er tun wird. Ja, was ich denke, ich tun muss, weil mein eigentlich Plan wieder nicht funktioniert hat. Ich war mir so Es ist wie jedes Mal. Ich habe einen Plan und dann habe ich mich irgendwie verschaut. Astagio nimmt eine der Figuren und stellt sie so hin, dass Osko gerade richtig Probleme bekommt auf dem Spielfeld. Ich habe es dir gesagt, ich habe es gesehen. Ich habe es auch gesehen, aber es ist unvermeidbar. Es ist wie viel das Spiel. Wenn ich nicht von den Träumen, dann werde ich dadurch wahnsinnig ich war mir so sicher. Drei Züge, drei Züge habe ich gerechnet, müssen es sein und jetzt schon wieder. Wie ich das sehe, brauche ich noch drei Züge, dann bist du Jandrick erwacht durch dieses laute Gespiele am Feuer. Ist das schon Morgen? Oh. Verzeiht, Janik, nein. Meine Woche? Nein. Du blickst zu den dreien herüber. Nur beleuchtet durch diese Fackeln und das Feuer siehst sie um das Spielbrett herum sitzen. Drei Personen. Sie spielen. Rote und weiße Kamele. Eine Frau, zwei Männer. Einer wirkt schwarz. Einer weiß und die Frau ist relativ schön. Ich er soll gewinnen. Weil es ein Traum das alles und ich bin eigentlich bei dir Vater was ist Traum? Was ist Wirklichkeit? Wer soll gewinnen? Und er hört ihn murmeln und dann ruft er plötzlich relativ laut warum will ich immer dass die Frau gewinnt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Elina spielt doch gar nicht mit. Er hat keine Chance. Was? Die beiden Männer kriegen sich. Die Frau schaut nur zu und grinst. ist das dieses alte Spiel was ihr mit uns spielt? Ist das dieser sonderbare Wirken? Diese Perversion an der ihr euch erfreut auf Kosten der Menschen? Also jetzt übertreibst du wirklich. Das geht jetzt wirklich langsam zu weit. Was macht er denn? Ich gucke auch so alles in Ordnung. Er hat sein Schwert in der Hand. Er wirkt sonderbar glasig um die Augen. Wie lange sollen wir das doch noch mitmachen? Wie lange sollen wir noch spielen? Wie lange sollen wir noch die Bauern sein? Vor allem Kamelen, wie lange noch? Oskar blättert botanisch in seinem Buch. Sani wird sich schützend vor Ileda und Oskar stellen und das schwer zücken. Bin ich gestorben oder nicht? Muss doch hier irgendwo sein. Der Weiße stellt sich vor die anderen beiden. Ich mag gestorben sein an jedem Tag im Schnee. Aber das ändert nichts. Auch im Tod kann ich bohren gehen. Selbst dann noch mehr. Und ich werde die Kinder schützen weicht. Ich trete einen Schritt vor. näher sehen diese Gestalten. Näher sehen was sie vorhaben. Wie das Spiel steht. Asternio wird Elena zurück weisen mit seinem Arm. Das ist mein Kampf. Und wird auf Jandrik losgehen. Was? Ja. Elena pass auf, dass sie sich nicht die Schädel einschlagen. Ich hab's gleich. Ja. Was tut Asternio genau? Asternio wird auf Jandrik zurennen und mit einer Finte versuchen, ihm das Schwert aus der Hand zu schlagen. Er möchte ihn nicht verletzen. Er möchte ihm nur die Möglichkeit nehmen, aggressiv zu werden. Das, was Jandrik sieht, ist, dass die weiße Figur mit ausgebreiteten Armen auf ihn zuläuft. Ausgebreiteten Armen. Dann gehe ich einen Schritt zurück. Jandrik geht einen Schritt zurück, aber das Schwert in die Richtung des Mannes geregt, die andere Hand zur Abwehr. Bleib stehen. Du kommst keinen Schritt weiter auf die Kinder zu. Bleib stehen, wo du bist, was auch immer du bist, in diese Welt lasse ich dich nicht. Ich bin die Porte. Was ist denn hier los? Sie kommt auch unter der Decke hervorgekrochen und sieht wahrscheinlich in dem Moment, dass Astanio mit dem gezogenen Schwert auf Jandrik losgeht. Sie wischt sich noch mal kurz durch die Augen, weil sie kaum glauben mag, was da gerade geschieht und ihr Griff geht direkt an ihre Hüfte, an die Schleuder, die sie von der Hüfte nimmt. Wo liegst du? Dann wartet sie erst einmal. Ich denke ein wenig abseits und sehe quasi euch und das Feuer. Astanio mit seiner ganzen Kraft in einen Schlag nehmen und Jandrik das Schwert aus der Hand schlagen was sieht Jandrik? Jandrik sieht weiterhin, dass die weiße Gestalt fast schon väterlich mit ausgebreiteten gönnerhaften Armbewegungen fast schon einladend auf ihn zuläuft. Dann hat er den Griff etwas gelockert. Er will nicht zustechen, aber er ruft noch mal Halt! Und wenn dann wirklich das Schwert seines trifft und es auf der Hand zu schlagen, dann wird er, er hat die Reflexe eines Kriegers, er hat lange Zeit geübt mit dem Schwert seine ganze Kindheit durch, er wird es nicht fallen lassen, aber es wird auf den Boden gehen und da wird eine Lücke sein, durch die Astanio durch kann. Und Astanio wird Jandrik heftig ins Gesicht schlagen, genau auf die Nase. Jandrik, der das nicht sieht, es wird schwarz und den Schlag ab, ja. Elena wird dann auch zu ihm rennen. Astanio, was er ist nicht bei Sinnen. Ja, das kam mir auch so vor. Oh Mann. Das, was Jandrik wahrgenommen hat, war kein Schlag, sondern das in den Arm nehmen der weißen Gestalt. Und er spürt die Wärme dieses Wesens, dieser weißen Gestalt, diese väterliche Liebe, die er nie empfangen hat als Kind, die ihm immer verwehrt geblieben ist und er lässt sich darin versinken. Und du hörst in deinem Kopf, ich muss weiter kämpfen. Er lässt es zu, er geht zu Boden. Ja, weiter kämpfen, denkt er sich. Osko, die Nase ist gebrochen. Ja, ach wirklich, das habe ich so gehört. Etwas sauer begibt die Osko zum Wagen und holt das, was er benötigt, um die gebrochene Nase zu behandeln. Die müssen wir immer sofort drauf schlagen. Das wird jetzt was dauern. Hast du deine Hand nicht richtig angespannt, Astanjo? Wieso? Astanjo wird so ein bisschen mit der Hand spielen. Zeig mal. Er hat ein ziemlich stabiles Gesicht, das muss man ihm lassen. Lass ihn uns ans Feuer tragen. Mora kommt jetzt auch näher und betrachtet sich mal Jandrick wahrscheinlich mit blut überschwemtem Gesicht. Mora, bring mir mal ein Tuch. können wir das von seinem Gesicht fischen. Ja, gut. Und Mora tut wie geheißen. Ich mag diese Lande hier nicht. Was ist denn mit euch los, dass ihr aufeinander losgeht? Ja, wir sind nicht aufeinander losgegangen, wir wollten niemanden schaden, aber Jandrick hat wirres Zeug geredet von... Er hat nicht noch wirres Zeug geredet, er war kurz davor, uns anzugreifen und bevor er sich oder andere vor allem und er schaut so ein bisschen Richtung Elena verletzt, aber ich dachte, ich mache ihn lieber kampfunfähig. Er stand doch mehr in Verteidigungshaltung, das hat es dir nicht aufgefallen, oder er wollte die Kinder beschützen, vor was auch immer wir für ihn waren. Hast du nicht gesehen, dass er angefangen hat, das schwer zu ziehen? Dann fässt er ihn gefälligst, solange er noch ohnmächtig ist. Und es ist doch egal, wer angefangen hat, er hat sich doch vor sie gestellt. Die Kinder verteidigen, die Frage ist, vor wem, was hat er gesehen in uns? Er hat uns ja angesprochen, als wären wir irgendwer anders, also eine Vision, anders, wie ich das hatte, oder ich weiß gar nicht, was bei dir war, Osko. Nein, nicht so was. In Träumen kann man Sachen tun, die einem später um einiges an Problemen bereiten. Und wenn ihr mich jetzt mal entschuldigen würdet, ich glaube, meine Wache ist für heute vorbei. Und Asana wird sich wortlos umdrehen und sich zum Schlafen legen. Ja, Mora holt ein Tuch und träufelt etwas Wasser darauf, um Jandrik das Blut aus dem Gesicht zu wischen, beziehungsweise sie würde es Osko in die Hand legen und dann direkt noch ein Seil holen vom Wagen und anfangen Jandrik zu fesseln. Was sie wohl sehr geschickt und sehr schnell bewerkstelligen würde. Sie ist es gewohnt, Dinge zu verteuern. Aber das geht doch ein wenig zu routiniert. Mir ist nicht wohl bei der Sache ihn zu fesseln, aber bevor wir uns einander was antun. Ihr wisst nicht, ob er aufwacht und bei Sinnen ist. Seine Augen waren auch glasig gewesen. Gut, ihr hattest auch gesehen. Ja, eben. Seltsam. Das ist erstmal weg, dann legt einmal seinen Kopf in den Nacken. Ja, so ist er? Ja, gut, jetzt vielleicht wacht er ja davon auf und Osko probiert seine gebogene Nase zu richten. Ich halte ihn mal fest. Elena wird den schmalen Jandrick festhalten. Mura, Astanio und Elena sehen die kunstfertigen Griffe von Osko. Er hat das schon länger nicht mehr so gemacht, aber er weiß genau, was er da tut. So, jetzt vorsichtig. Mit dem Knacken und den letzten Worten der weißen Gestalt erwacht Jandrick, als die weiße Gestalt noch einmal sagt, der alte Streit aus dunkler Zeit von drei Gefährten geführt. Einst vergessen, vom Vergessen beendet der Streit. Nun aber von Neuem empfacht. Und dann will weitersprechen, aber du erwachst. Ah! Als vergessen, der alte Streit von drei Gefährten geführt. Jandrick. Vergessen nun wieder. Ich hab doch gesagt. Gut, dass er gefesselt ist. Was ist mit Wo? Jandrick? Ja, 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 ja. Mein Gesicht tut weh. Oh, was ist passiert? Bin ich gestürzt? Nicht ganz. Bis in meine Faust gestürzt, kommt es hinter dem Wagen. von was? Und er versucht sich zu bewegen und merkt, dass er gefesselt ist. Jandrick, alles gut. Und dann verändert sich seine Haltung plötzlich. Er wird ganz, ganz ruhig und ganz entspannt. Er schließt die Augen. Ach so. Ich verstehe. Was? Er sagt nichts mehr. Es ist zu deinem eigenen Schutz. Du hast das Schwert gezogen. Wir wussten nicht, ob du auf uns losgehst oder nicht. Es tut uns leid. Teufel werde ich tun. Bindet ihn los. Ja, Amora, das bringt ja nichts. Wenn er nicht mehr mit uns redet, dann kommen wir gar nicht an. Wenn er wieder abhaut. Solange du nicht abhaust, wenn wir dich wieder losbinden. Es war eine reine Notfallmaßnahme. Ihr habt doch gesagt, dass er das Schwert gegen Astanio erhoben hat. Er hat das Schwert zur Verteidigung gezogen und wollte Kinder vor, was auch immer wir für ihn waren, verteidigt hat. Jandrick, ich habe geträumt. Nicht wahr? Und Osko schiebt sich ein bisschen in dein Blickfeld. Jandrick. Ich habe nichts geträumt. Ich erinnere mich an nichts. Mora schaut in Jandricks Gesicht. Hört sich an. Ausdruckslos. Vollkommen emotionslos. Ich weiß nichts. Natürlich. Astanio bewegt sich hinter dem Karren, weil Schlafen ist jetzt leider wahrscheinlich komplett aus der Welt geschaffen und wird Osko beiseite schieben und Jandrick genau in die Augen gucken. Augen sind wieder klar und wird den Finger so ein bisschen hin und her bewegen und gucken, ob die Augen in irgendeiner Weise dem Finger folgen. Was ist dein Spiel, Hexenmeister? Ich würde mal sagen, unser Freund hier ist wieder komplett der Alte und mit diesen Worten zückt Astanio sein Schwert, holt einmal Ros aus und zerschneidet seine Fesseln. Hättest du das nicht mit einem kleinen Messer machen können? Ist nicht so eindrucksvoll? Was ist das? Hey! Wieder dieser Magier. Wahnsinnig hier. Mora lässt sich am Feuer fallen, macht es sich ein wenig gemütlich, aber sie lässt Jandrick nicht aus den Augen. Was hast du gesehen, Jandrick? Alles, was wir was uns helfen kann, sollten wir mitte teilen. Warum war ich gefesselt? Du bist aufgewacht, hast uns irgendwelche Sachen an den Kopf geschrien und hast gesagt, du möchtest Kinder vor etwas beschützen. Du hattest einen ziemlich glasigen Blick, das könnte entweder davon kommen, dass du besessen warst oder was heißt auch immer. Ich habe jetzt keine Zauberkraft und keinen Tropfen mehr, um eine Analyse an dir durchzuführen, aber es bestand die Gefahr, dass du uns alle mit deinem Schmerz ausschlitzt. Da war es mir lieber, dir eine reinzuhauen, dich zu K.O. zu schlagen und dann meinte Maura, wir sollten dich fesseln. Jemand wie du könnte mir niemals einfach so eine reinhauen. Irgendwie hat er es geschafft. Du hast ihn angeschaut, ich habe auch gedacht, er muss doch gleich was tun, aber du hast nichts getan. Du standest da, hast einfach nur mit glasen blicken angeschaut, deine Hand so gehabt und dann hat er das Schwert runtergeschlagen. Du warst wie, als wärst du woanders in einer Vision. Wenn wir richtig dich gehabt hätten, hättest du dich selber verletzt mit dem Ding. Du hast damit rumgefuchtelt wie ein Verrückter. Ja, zwischenzeitlich. Also was hast du gesehen? Der alte Mann hat mich am Abend. Alter Mann? Das war sehr schön. Das war ein Gefühl der Wärme, der Geborgenheit. Astalius wird dich gerade mit erhobener Augenbraue anstarren. Er hat gesagt, dass ich nicht aufhören darf zu kämpfen. Und das wette ich nicht. Ich habe die Hände um geahmt. Was für ein alter Mann? Ich weiß nicht, ob er wirklich alt ist. Sie sind schwer einzuschätzen. Ein ein schwarz, der anderen weiß, im ewigen Kampf miteinander verstrickt. Eine Frau, ich habe sie wieder gesehen, dort drüben, er zeigt dahin, wo das Brett steht. Da standen sie und haben das Spiel der Spiele gespielt. Seit ewiger Zeit miteinander verfluchten. Lange Zeit nicht mehr. Doch sie hören, der Kampf ist wieder entflammt. Der Kampf ist wieder entflammt. Das erklärt es. Ihr habt geträumt, André. Wir saßen dort. Das war kein Traum. Sie haben gesagt, dass ich mich entschuldige. Dass ich mir wünschen muss, wer gewinnt. Das war schon beim letzten Mal. Ich war für die Frau, aber ich glaube, das war die falsche Wahl. Ich glaube, er, der weiße ist der richtige. Für ihn müssen wir kämpfen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe dich ihn gesehen. Du sagst, du hast mich geschlagen. Ich habe dir der Schwert aus der Hand geschlagen und gleichzeitig einer auf die Nase gegeben. Machst du das immer so, wenn du nicht weißt, was passiert? Du wirst Feuerbälle oder schlägst Leuten ins Gesicht? Ist das eine Lösung für alles? Wenn es darum geht, um Leute zu schützen, die mir wichtig sind, ja. Du weißt es nicht, was passiert, wenn du mich schlägst. Nein. Es hätte sein können, dass ich ausraste, dass ich dich töte, dass ich die anderen töte. Es gibt's. Du hattest keine Ahnung, was passiert, oder? Du hast nie eine Ahnung, was passiert, alter Mann, oder? Hast du sie? Nie. Keiner von uns hat das. Ich töte ein ganzes Dorf mit einem Feuerball. So was mache ich nicht. Du machst das auch nicht. Keiner von uns macht das außer dieser Wahnsinnige da. Ich sehe vielleicht Dinge, aber ich töte keine Leute grundlos. Ich würde es sehr gerne auf Übermütung schieben. Aber wir sollten uns alle ein wenig zusammenreißen. Hier geschehen Dinge. Hier geschehen sonderbare Dinge. Und wir werden noch weitere sonderbare Dinge sehen. Und wenn wir uns gegenseitig jedes Mal fast umbringen, nur weil jemand etwas sieht, was passiert, jetzt springe ich hoch und schlag ihm zweimal heftig in die Fresse. Mit aller Kraft dich habe. Mir reicht jetzt. Zweimal volle Kanne. Und dann gehe ich zur Seite. Rede nie wieder mit mir. Er ist wahnsinnig behinder und er weiß genau, was er tut. Und Astanio hat mit dem Angriff nicht gerechnet in diesem Moment. Zwei Ausschläge treffen dich hart. Aber du kannst sie einstecken. Durch militärischen Drill wird wahrscheinlich das Einzige passieren, dass er sich die Wange guter Schlag und wenn du noch einmal irgendwen betrust. Jandrick ist weg. Er hört dir überhaupt nicht zu. Sehr gut. Jelena wird Jandrick hinterher gehen und sagen Astanio komm runter bitte komm runter und Jandrick hinterher gehen und Jandrick versuchen an der Schulter zu packen. Jandrick beruhig dich. Er bleibt stehen. Mir ist keine Idee gekommen. Wollen wir noch mal zurück gehen? Ich habe einen Traum gehabt von einem schwarzen Ritter. Was war ein Traum? Ich war wieder in Kurkum. Da war der schwarze vom Raben besessene Mann, der sich in einen Ritter mit schwarzer Rüstung verwandelt hat und mir die Hand angeboten hatte und wegen ich bin zurückgewichen, habe ihm nicht zugestimmt und dann ist auf ein Skelettpferd gestiegen und meinte, wir werden ja sehen, wer wem hilfreich ist. Ich weiß nicht, was Osko genau gesehen hat, aber irgendwie, wenn wir das alles zusammenziehen, unsere drei Visionen, kommen wir da vielleicht auf einen grünen Zweig? Wie soll ich euch trauen können? Sag mir das, Amazone, wie soll ich euch trauen können? Wir kennen uns einen Tag und in dieser Zeit haben wir uns nur angeschrien, wir haben ein Dorf halber umgebracht, wir sind Fremde, wir alle sind Fremde, wir kennen uns nicht, nichts vereint uns, nichts verbindet uns. Was uns eint, ist der Wille, das Land zu befreien? Ist das so? Ja. Es ist mein Wunsch, deswegen begleite ich dich, habe ich das Dorf hinter mir gelassen, die mein Zuhause und habe ich euch angegriffen? Es hast du nicht, es war einfach eine Reaktion, wenn ich wusste, was du tust. Ich habe diese drei Gestalten gesehen und ich bin wütend geworden. Bisschen lauter. Ich habe diese drei Gestalten gesehen und ich bin wütend geworden. Ich wollte die Kinder schützen. Ich wollte nicht, dass sie ihre Spiele weiter mit uns spielen. aber ich weiß nicht, was das ist, verstehst du? Ich war mir vor einem Moment nicht sicher, ob ich vielleicht wirklich gestorben bin vor einem Tag dort im Schnee. Was ist wenn das alles ein Traum hier ist, den Boron mir sendet? Gleif dich. Es ist für mich kein Traum, dass du hier bist. Das ist kein Traum, was du gesehen hast mit den Gestalten Schwarz, Weiß und die Frau. Das war eine Vision, ein Traum. Sehr froh, dass du keinen Albtraum hattest, sondern nur diese Vision. Zum Wall. Wir müssen dort Leute finden, die uns helfen können, die wissen, was das alles bedeutet. Ja, sobald wir die Kinder in Sicherheit gebracht haben, brechen wir zum Wall auf. dort Leute finden, die uns das sagen können. Wenn dein Orden da ist, da werden erst die Informationen. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns trennen. Du weißt, warum nein, du wirst das nicht überleben. Ich bin auch hergekommen alleine. Aber wie willst du über den Wall? Den Wall wirst du nicht überleben, wenn du alleine gehst. Glaub mir. Ich finde dein Weg. Ihr könnt die Kinder wegbringen und ich gehe zum Wall und warne irgendwen so schnell ich kann. Wen willst du da warnen? Da ist niemand. So sind wir zu langsam und ich weiß gar nicht, ob ich so lange lebe. vielleicht vielleicht gefällt dem alten Jahr ein er will mich morgen in einen Flammenhaufen verwandeln, weil ich irgendwas gesagt habe, was ihm nicht passt. Das wird er schon nicht tun. werde noch mal mit ihm reden. Komm einfach runter. Wenn du alleine gehst, scheitert die Mission. Wir wissen ja selbst nicht, ob sie gelingt, wenn wir zusammen gehen. Es führts jetzt nichts niemandem, wenn du einfach davon zischst, wie gestern im Wald, in den Wald bist, der Baum hätte dich fast gefressen, wäre ich nicht gewesen. Du kennst dich, kennst dieses Land ja nicht. Du sagst, am Wald, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber es war damals schon grausig und gruselig. Dort überlebt niemand. Und über das Gebirge kannst du nicht. Da ist, was dir damit den Weg laufen wird, sind Nekromanten, und vielleicht der ein oder andere Händler. Helena geht mit runter, legt ihm den Arm auf die Schulter. Wenn er mich noch mal schlägt, werde ich ihn töten müssen. Warum? Du sagst, wir sind zu brutal und du willst ihn töten, nur wenn ich ein zweites Mal schläge. Das ist genug. Aber das ist kein Grund, eine Person nur deswegen zu töten, weil sie einen schlägt. Er ist ein Mörder. Ich habe gestern nichts gesagt, aber er hat viele Unschuldige getötet. Grundlos. Du hast gehört, mir ist das auch zu wieder, du hast gehört, er hat so schon Probleme. Denkst du ihm belastet das nicht? Er ist bewusst dessen, was er getan hat. Gehen Fragen. Er wird vor zusammenbrechen. Er ist ein Frack. Genau wie ich oder du gerade. Osko weiß es nicht, Mora auch keine Ahnung. Wir haben jeder unsere Geschichte, wir haben jeder unser Morons Rad zu tragen. Die Welt ist nicht voll von Sonnenschein. Absolut nicht. Ach wirklich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wollen wir zurück zum Feuer? Wollen wir zurück? Ja, folgt ihr. Ich helfe, ich würde ihm auch, ich würde dir auch aufhelfen. Ja, da sind wir wieder. als sie zurückkommt, merkt ihr, dass Morons Blick auf euch lastet. Sie hat euch anscheinend ganze Zeit beobachtet. Die Frage ist, wie viel hat sie gehört? Sie steht bei dem Pferd und striegelt es und blickt aufs Feuer. Osko hat in der Zwischenzeit sich in seinem Beutel bedient eine Knolle, eine Zwiebel herausgeholt, sie eingeschnitten, den Saft ausgepresst auf eines der Tücher und das Astanio angeboten. Astanio wird dankend ablehnen. Astanio, das ist gegen die Entzündung. Nachher schwillt euer Gesicht an. Wäre auch nichts Neues. Aber es verhindert uns auf unserer Reise. außerdem schmerzt es. Ich biete es euch an, bitte. Drückt es einfach nur auf die geröteten Stellen und es wird besser werden. Osko, wenn es eines gibt, was ich gelernt habe, ist das Narben aus einem Kampf, die helfen, dich zu erinnern, warum du noch am Leben bist. Und Astanio wird das Tuch nehmen und wenn Jan in die Nähe kommt, ihm das Ding zuwerfen. Seine Nase schaut schlimmer aus. Und wird ein Stückchen weiter weg gehen und wieder anfangen, Figuren zu schnitzen. Man kann es nur anbieten. Hat Jan direkt das Tuch gefangen? Ja. Ich sage, so ein schlechter Kerl ist ja gar nicht. Er ist nur manchmal etwas leicht reizbar. Eigentlich immer und mürrisch. Jan Dreck, legt euch das Tuch auf die Nase. Es riecht ein wenig streng, aber es hilft, dass es sich nicht entzündet. In ganzer Weise. Es sollte auch ein wenig das lindern. Jan Dreck, setz dich ins Feuer, nimmt das Tuch, hält es sich an die Nase und sagt nichts. Lena bleist stehen geblieben, schaut zwischen Jandrick und Astanio hin und her und geht dann zu Astanio rüber, setzt dich neben ihn. Hey. was ist? Den Kleinen hat es ganz schön mitgenommen, dass du ihn geschlagen hast. Er hat sogar kurz Ausflüchte gesagt, wenn du ihn nochmal schlägst, wird er dich töten. Ich habe ihn gewarnt, es ist ... Er überschätzt sich. Er überschätzt sich maßlos. Ja, aber er ist auch nicht zu unterschätzend. Du hast gesehen, wie er reagiert hat, nachdem wir ihn gefesselt hatten. Er wäre auch beinahe abgehauen. Ich konnte ihn überzeugen, dass er nicht das Alvarance-Kommando begeht und alleine zum Wallaufbissler Vielleicht wäre genau das besser. Vielleicht wäre das besser gewesen. Das hätten wir dann gemacht, wenn wir ihm hinterher getuckert, versucht ihn zu finden und die Leiche aufgesammelt. Wir hätten die Kinder weggebracht. Ja, das sowieso. Und danach zurück ins Dorf, der weiter gelebt wie bisher, ohne mich. Ich wäre ihm hinterher. Deswegen können wir auch gleich mit ihm gehen. Ich bereue es inzwischen, ihn damals gehalten zu haben. Das ist nur, so wie er sich verhält, ein Aufschub gewesen. Ein Aufschub von einer Zeit, vielleicht von zwei Wochen. Wenn er nicht es endlich hinbekommt, seine hochgetragene, inzwischen krumme Nase nicht ein wenig zu senken, bringt er nicht nur sich, sondern uns um, die Kinder um und jegliche Hoffnung diesen Weil zu bezwingen und ich kann es mir nicht mehr geben. Er ist genauso so wie Airitio und die ganzen anderen Vollidioten. Er ist das, was ich war vor der Schlacht und du weißt, wie das ausgegangen ist. Ach. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Ja, und vielleicht bringt ihn eine krumme Nase mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, ihr solltet ein bisschen auf Abstand bleiben, aber er sollte am besten sich von mir so weit fernhalten, wie meine Faust reicht. Mindestens. Dein Schwert ist lecker. Das Schwert benutze ich nur, wenn es sein muss. Aber ihm vielleicht den einen oder anderen blauen Fleck, um ihm ein bisschen Erziehung beizubringen, zu verpassen. Ich weiß nicht, ob ich mich da zurückhalten kann. Solltest du um unsere Gruppe willen. Wenn er weg ist, ist die Hoffnung verloren. Wieso? Ich weiß nicht, was sollen wir am Wall, wenn wir nicht wissen, wo wir hin müssen? Wie soll er am Wall, wenn er nicht weiß, wie er ihn bezwingen kann? Nur ich kann sehen, wo der Schwachpunkt ist. Und das scheint unser Jüngling gründlich und zwar täglich und stündlich zu vergessen. Ich habe ihm erzählt, dass der Wall eine Poduszone ist. Das wird ihn doch nicht, das wird ihn in keinster Weise interessieren. Sein Hochmut ist, nach seiner Meinung könnte er sich wahrscheinlich mit einer ganzen Armee von tiernlosen Zombies ausnehmen. Mhm, habe ich manchmal auch das Gefühl. Eigentlich müsste ich ja noch schlafen, aber ich kann nicht. Leg dich hin. Mhm. Und er dreht sich zu dir um. Wenn deine Tochter fragt, hast du mir eine reingehauen? Klar. Und Helena wird wieder zu ihrer Tochter gehen und sich versuchen, nochmal auf etwas Schlaf zu finden. Und dass Tanjo wird aber hinterher flüstern, ist ja nicht das erste Mal, dass du Lügen über mich erzählst. Hält Helena schon gar nicht mehr. Helena zu ihrer Tochter legt, dreht sie sich zu dir rum? Brauchst mich nicht anlügen. Ich habe genau gesehen, was passiert ist. Ja. Tut mir leid, dass du das mit einsehen musstest. Warum ist er so? Er ist unerfahren, was dieses Land hier angeht. Er traut uns nicht wirklich. Ich meine Astanjo. Es ist etwas in seiner Jugend vor ein paar Jahren passiert, was ihn sehr geprägt hat, dass er junge Leute beschützen möchte vor sich selbst. Jandrick ist auch jünger als er. Ja, eben deswegen, weil Jandrick so jung ist, wie fast so jung ist, wie er damals war. Schützt man mit Schlägen? Manchmal schon. Nein. Eigentlich nicht, ja. Du hast gesagt immer, dass du nur dein Schwert ziehst, wenn es ernst wird. ja, das war ist Asshalio hat mir beigebracht, dass ich die anderen nur herumschubsen und schlagen darf, wenn es ernst ist. Ja, die Situation war auf eine seltsame Art und Weise irgendwie ernst. Er hätte nicht das Schwert nehmen müssen, aber beiden können sich nicht ausstehen. Ja, jetzt noch weniger wie vorher. Kannst du nicht was machen, dass sie sich wieder vertragen? Ich habe mit beiden schon geredet. Ich hoffe, Osko da Morag können noch was mit Jandre klären. Sag Castanio mal, nicht alle sind so wie er. Ja, weißt wie oft ich mir das schon gesagt habe. Er sagt immer zu Osko, ja, lern doch mal, oder zu euch, lern doch mal dies, lern doch mal das. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass er selber nichts gelernt hat. Ach ja, komm, lass uns versuchen, noch etwas zu schlafen. Ich ziehe sie ran und deck die Decke über uns drüber. Streiche lieber den Kopf. kann schlecht schlafen, wenn die über mich wachen wollen. Ich bin ja auch noch hier. Bei all dem Verrücktheit, die Astana manchmal aufbringt, vertraue ich ihm doch. Ich aber nicht mehr, nachdem was ich gerade gesehen habe. Und diesem Feuer. Okay, ich versuche wach zu bleiben. Und dem Fremden auch nicht. bei ihm weiß ich auch nicht so recht, wo wir dran sind. Mora ist auch komisch manchmal. Ja, die Welt ist nicht immer einfach. Elena wird sich dann aufsitzen und Beine hinlegen, dass Fenja ihren Kopf auf den Schoß legen kann. Du bleibst wach, ja? Ich bleib wach. Kuschelt sich an die Beine. streichelt sie, um mehr um mich zu beruhigen, als sie zu beruhigen. Und Osko wollte noch zu Jandrick rüber. Ja, Osko nimmt sich eine Tasse Tee mit oder mehr einen Krug an Töpfern und stellt sich vor, Jandrick, vielleicht solltet ihr noch einen Schluck trinken. Ich stimme, der Vernunft ist angekommen. Was ein Glück. Das würde ich nicht sagen, aber ich nehme das Kompliment mal an und ich würde mich neben dich setzen. Hier, trinkt. Was machst du hier, Osko? Willst du die lange Geschichte oder eine Zusammenfassung? Ich meine, meine Amazone, die weiß, was ich gesehen habe. Die hart ist wie Stein und es trotzdem schafft, im richtigen Moment weich zu sein. Mein Mann, der in der Lage ist, der ganze Dorf niederzubrennen und so wahnsinnig ist, dass man im Moment damit rechnen muss, dass er einen Salah gleich mitnimmt. Aber trotzdem ist er mächtig und groß. Und wir haben eine Frau, die wahrscheinlich jeden Schlupfwinkel in diesem verdammten Land kennt und jedes Geheimnis, dass man ihn unter irgendwelchen Steinen aufgraben kann. Und wir haben dich, Osko den Koch. Was machst du hier? Ich habe eine Aufgabe hier. Der ist sicher lecker, aber ich meine es ernst, du wirst sterben. Das kann sein. Aber ich muss versuchen, die Aufgabe, die mir Mutter Pireine gestellt hat, zu erfüllen. der Rabenmark endlich den Frieden zu schenken, den er verdient. Was ist deine Aufgabe? Du? Das ist meine Aufgabe, ja, immer noch. Da solltest du ganz schön viele Pilze und ganz schön viele Kräuter für einen richtig großen Eintopf sammeln. Weil mit Schwert und Schild wirst du ganz bestimmt nicht die Rabenmark erobern. Nein. Oder? Nein. Und Osko schaut zu Boden. Das haben wir noch damals. Alles gut. Es wird mir leid, Osko. Aber das haben wir schon, aber das haben wir versucht. Ohne Schmerzenschild. Nicht nur ich. Ein Bund aus verschiedensten Geweihten und Personen mit dem Willen etwas zu verändern. Osko kneift die Augen zusammen und erinnert sich. Sagt euch der drei Schwestern Bund etwas? Ja. Mein Meister Rahmier ist ihm beigetreten relativ früh und wir waren frohen Mutes. Wir sind in Begleitung zweier Travia und zweier Zarge weiter über den Pass nach Osten gewandert mit der Absicht Hoffnung zu schaffen, Hoffnung in die Herzen der Bevölkerung hinzubringen und so auch quasi dieser Region in Frieden zu bringen und von dem zu Erholung zu schenken vor dem, was hier geschehen ist. Seht doch die Brache hier, das tote Land. Wir haben versucht, was zu verändern ohne Schild und Schwert. Ja. Und was ist passiert? Naja, jetzt bin ich alleine. Wir wurden von schwarz gerüsteten Reitern abgefangen und den Rest könnt ihr euch sicher denken. was passiert. Ja. Das sind wir gar nicht so unähnlich, wir zwei. Nein, ich glaube nicht. Junge Männer mit einer Aufgabe, die viel zu groß ist für sie. Viel zu groß. Viel zu groß für uns allein. Deswegen glaube ich, dass wir als Gruppe mehr erreichen werden, als auf uns allein gestellt. Aber wie soll ich? Erklär es mir, Osko, erklär es mir, bitte. Wie soll ich euch trauen? Ich dir vielleicht und vielleicht noch der Amazone. Aber der Beutelschneiderin und dem Wahnsinnigen, wie soll ich denen trauen? Ich weiß, dass Mora auf den ersten Blick etwas naja, naja, ihr wisst ja, wie sie auf andere wirkt. Ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass sie ihr nicht traut. Ich weiß, was das Erste, was sie getan hat, als sie nicht wusste, was man mit mir machen sollte, war mich pfeffeln, das weiß ich. Allerdings hätte ich das auch gemacht. Seht ihr? Ich kann euch nur sagen, dass ich 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 für sie würde in mein Leben anvertrauen, wohlwörtlich. Ich weiß nicht, ob das euch entschluß, ihr zu trauen, weiterhilft, aber das ist das, was ich euch sagen kann. Ansonsten wird die Zeit eventuell eure Meinung ihr gegenüber ändern. Ich habe doch letztlich keine Wahl. Weder du noch ich noch irgendwer hat irgendeine Wahl. Wir sind in ein Spiel geraten, das keiner von uns versteht. Kein bisschen. Und wenn wir es noch nicht verstehen, können wir trotzdem versuchen, es zu beeinflussen, oder? Und wenn die Würfel längst gefallen sind, wenn die Figuren längst stehen, wenn wir nur Bauern sind, die nach vorne geschoben werden, was dann? Selbst wenn das der Fall wäre, das Spiel der Götter können wir wenig machen. und wir können das tun, wozu wir in der Lage sind, weshalb wir, weshalb mich, und euch, Vater Boran, auf diese Erde gesetzt haben. Und vielleicht auch noch ein Fall, ihr hattet es ja erwähnt, zurückgebracht haben. Es können nichts weiter als es versuchen. Was anderes bleibt uns? Hoffnungslos irgendwie in einem, an der nächsten Dörfer auf diesem Hof, der alten Dame, die Mora erwähnt hatte, irgendwie zu versauern? Nein. Wie kannst du sonst sicher sein in deinem Glauben, Osko? Und zwar immer folgst du deiner Göttin wie ein braver Junge, oder? Du wankelst nie. Weißt du, vorhin habe ich der Amazone gesagt, dass ich diesen alten Mann töten will. ich, ein fast gewalter Borons, würde einfach sein, als ob ich, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, seit ich hier bin, in diesem wahnsinnigen Land, weiß ich überhaupt nicht mehr, wer ich bin, was ich folgen soll, wen ich folgen soll. Ich sehe diese drei Gestalten in meinen Träumen, ich sehe den Vater nicht, ich sehe nur sie. Ich wäre gern so standhaft wie du. Jandrek, ich kann euch eins versichern. Ich, es mag vielleicht eine, ich mag vielleicht den Anschein erwecken, aber auch ich habe gezweifelt. Ich bin erst einige Jahre hier. Ich habe aufgehört, sie zu zählen und natürlich zweifelt man daran. Man zweifelt an sich selbst und seinem Glauben, aber ich, ich kann euch nicht mehr sagen, als das Tief in meinem Inneren ich einfach dieses Gefühl habe. Es ist ein, ich kann es kaum beschreiben. Deswegen, es tut mir leid, ich kann euch nicht die Antwort geben, die ihr vielleicht braucht, aber tiefer im Herzen weiß ich, dass der Glaube an die Herrin, der Glaube an die Zwölfe und an das Gute in dieser Welt und das ist, was antreibt dann auch vielleicht etwas bewirken kann. Das klingt, ich höre mich an, ich höre mich an wie mein alter Meister. Aber ich, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Ich kann es nicht wissen, aber ich glaube daran. Ich glaube an das Gute in dieser Welt und dass noch nicht alle Hoffnungen verloren ist. Mjandrick steht auf, stellt sich vor, Asko. Dann legt ihm die eine Hand auf die Schulter und auch die andere auf die andere. Er schaut ihn an, in den stahlblauen Augen schaut er ihn an. Danke dir. Ich würde gern mit dir zu deiner Göttin beten, wenn es in Ordnung ist. Gerne. Setz dich. Ja, tut es. Nimm meine Hand. Er folgt. Und dann sprech mir die Worte nach. Osko schließt seine Augen. Wir ehren Perine die lebendige Erde. Die lebendige Erde. Den Wechsel von Frühling zu Sommer. Den Frühling zu Sommer. Von Herbst zu Winter. Von Herbst zu Winter. Von Brache zu Saat. Von Brache zu Saat. Von Saat zu Ernte. Von Saat zu Ernte. Wir danken ihr für unsere Gesundheit. Wir danken ihr für unsere Gesundheit. Und die unserer Familie und Tiere. Und die unserer Familie und Tiere. Wir danken ihr für die Fruchtbarkeit der Felder. danken wir für die Fruchtbarkeit der Felder. Wir geloben Fleiß und Bescheidenheit und Fürsorge. Wir geloben Fleiß und Bescheidenheit und Fürsorge. Perrine mit uns es sei. Es sei. Das Pferd zieht an den Strippen mitten des Fels gebunden ist. Bis zum Bersten sind sie gespannt und dann ein lautes Klack als es sich losreißt. Hey nein! Es steigt und wirt und schnaubt in Mora springt auf und eilt dem Pferd entgegen um es zu beruhigen und die Zügel irgendwie wieder zu fassen zu bekommen. Asano wird wahrscheinlich das von hinten anschauen und wird rüberrufen Mora halt dich fern! Mora hört nicht auf ihn. Versucht das kostbare Tier wieder zu fassen zu bekommen. Osko Jandrek weiter! Nochmal wiederholen! Dauerschleife! Nein! Nein! Das Bekenntnis separat ist nichts, was man so wiederholt. Jandrek? Elegit! Ich danke euch! Ich konnte das schon eine ganze Weile nicht mehr so laut sagen. Danke euch! Mora versucht hektisch die Zügel zu fassen zu bekommen und das Tier zu beruhigen. Das Pferd ist außer sich und schnauert und leert sich und bockt. Sollten wir vielleicht ein paar Schritte von dem Pferd weg gehen? Ihr könntet mir ein bisschen helfen, es einzufangen. Ich werde den Teufel tun. Dann werde ich es machen. Ja. Als Osko sich erhebt und Jandrek auf die Stelle sieht, wo Osko gesessen hat, siehst du eine kleine Pflanze, die aus dem Boden gesprossen ist. Ein Kleeblatt mit vier Blättern. Jandrek steht nicht auf, er bleibt sitzen und schaut diese Pflanze an, dieser kleine Funke, dieser kleine Funke Hoffnung. Beruhig dich. Beruhig dich. Alles ist gut. Okay, ich glaube, ich habe es. Und Mora mit einem behänden Griff hat die Zügel wieder in der Hand und versucht, sie festzuhalten und das Tier wieder zum Baum zu führen. Langsam beruhigt es sich wieder. Und sie tätschelt die Seite des Pferdes und redet ruhig, mit ruhiger Stimme auf das Tier ein. Ist ja gut, ist ja gut. Du bleibst jetzt hier. Als du immer auf die Flanke tätschelst, merkst du, dass dort eine Wunde entstanden ist, wo deine Hand den Pferderücken berührt. Mora legt die Stirnenfalten und schaut auf ihre Hand, wo jetzt ein Flecken Blut auf ihrer Handfläche glänzt. Licht des Malermals. Was? Und sie tastet weiter am Rücken des Pferdes. Es ist verletzt. Schorfiger Ausschlag. Das war vorher noch nicht da. Nein, war es nicht. Ich bin mir ganz sicher. Ich auch. Sie nimmt die Hand näher ins Gesicht und riecht kurz an deren Blut. Riecht noch nichts. Mora, wasch dir mal lieber die Hände. Sie betrachtet ein wenig misstrauisch dieses Blut, nickt dann aber nur, versichert sich noch einmal, dass die Zügel gut verteut sind und wäscht sich dann die Hände mit etwas Wasser ab. Oskar schaut sich diese Reizung der Haut, diesen Ausschlag an. Es ist so, als würde die Haut Blasen werfen. Auf offene Fleisch schon sichtbar unter den Pusteln. Ja, ich was ist das? Es hat Blasen geschlagen wie bei einer Verbrennung. Naja, was soll man auch erwarten von einem Pferd aus dem Schattenlanden hier? Die Frage ist, kriegt die Fäule in das Pferd oder aus dem Pferd? Auch ich kann es nicht genau sagen, aber meine erste Vermutung wäre, dass wir auch wenn mich das auch etwas stört oder stören würde, vielleicht sollten wir solange wir das Pferd noch brauchen, es unterlassen in seiner Gegenwart zu beten. Ich glaube, es reagiert da allergestroff. Und Mora sieht dich wirklich misstrauisch an, kritisch. Das war natürlich nicht so gemeint. Ihr habt es ja gesehen. Es ist doch ein wenig Gedanken verloren, tätschelt Mora dennoch den Hals des Pferdes. Aber in ihrem Blick ist auch ein wenig etwas Angewiedertes. Was ist los? Ich weiß nicht. Sie guckt noch mal auf die Hand, das Blut, was sie davon gewaschen hat. warum gibt jemand dieses Pferd? Eigentlich schenkt uns jemand dieses Pferd? Jemand, der uns helfen will? Jemand, der uns schaden will? Was wusste er, was wir nicht wissen? Von hinten nähern sich Schritte. Man hört vielleicht, was war hier los? Fragt Elena. schreckt rum. Ach, das Pferd ist ein wenig scheu geworden. Bei dem Gebet, oder? Ja, genau. Ich habe euch noch gar nicht allen meinen Traum erzählt, oder? Nora, kennst ihn noch nicht. Traum? Nein. Ich hatte einen Albtraum. Ich habe eine Szene gesehen von Kurkum damals. Am Ende dieser Szene kam ein schwarzer Ritter, verwandelt sich der Angreifer an einen schwarzen Ritter, der mir die Hand zu reichen wollte, aber ich bin halt ein bisschen nicht angenommen. Und er meinte, steht dann auf einem Knochenpferd und meinte sowas wie, wir werden ja sehen, wer wem hilft. Also dieses Pferd, ich würde sagen, wir werden es schnellst möglich los. Wir bringen den vergessen. Sobald wir da sind, werden wir dieses Pferd los und dann gehen wir zu Fuß. Es wird länger dauern, ja, aber ich möchte nicht länger bei diesem Pferd sein als nötig. Was ist das? Was ist das? Es hat eine Wunde? Ja. Das ist neu. Ja, das war er noch nicht. Osko, kannst du eine Art Salbe oder ein Verband? Hilft da irgendwas? Osko schaut sich die Wunde nochmal an. Ich könnte es versuchen, aber ich glaube, das Pferd an sich ist so kräftig, wird das schon abkönnen. Es sollte seine Belastbarkeit nicht wirklich einschränken. Ja, das sieht echt aus wie eine fiese Brandwunde. Ja. Ja. Also richtig fies. Ich habe leider nicht die richtige Mittel dafür. Es ist ein gutes Tier, aber ich komme mit Pferd normalerweise sehr gut, klar. Und das reagiert auf mich einfach als wäre ich ein Wolf. Vielleicht passt ihm einfach dein Geruch nicht, wer weiß. Ja, unter meiner Ausstrahlung. Vielleicht sind wir für das ja auch Wölfe. Wer weiß. Na gut, ich von ganz weit hinten werdet ihr eine Melodie hören, die Astronio vor sich hin zunt. Mora lauscht kurz. Erkennt sie die Melodie? Ist es ein Lied, was man kennt? was ist es denn für ein Lied? Das Freie ist Nostra. Ich denke, Mora hat das irgendwann schon mal gehört, ja, aber nicht oft. singt Asthanio und sie schaut fragend in die Runde. Ja. Hört sich so an, oder? Aber was singt denn da? Irgendein Loblied auf Trajahrs. Skur wird das auf jeden Fall erkennen. Oh. ausgeschaut zum Pferd. Hat er nicht irgendwas noch gebrüllt, dass ihr weitermachen solltet, weiterbeten solltet? Das Pferd fühlt sich unruhig. Das tut er extra. Das Pferd ist kein normales Tier, Mora. Aber wir brauchen es. Verstehst du? Hin oder her? Ja. Das ist das beste Pferd, was wir hätten bekommen können. Ohne das Pferd retten wir die Kinder nicht. Ja, das stimmt. Ich gehe mal zu Astanio. Ja. Danke. Sie wird Astanio nicht finden. Astanio hat sich von der Gruppe entfernt. aber die Melodie hört man weiter. Es ist aber, er singt dicht, er summt nur. Es kommen keine Wörter über seine Lippen. Elena wird der Stimme folgen und Astanio dann es aufsuchen. Astanio, hör auf mit dem Versteckspiel. Sie müssen reden. Keine Reaktion. Es wird einfach nur weiter gesund. Wenn das Pferd verscheucht, brauchen wir länger, um die Kinder in Sicherheit zu bringen und länger zum Wald zu kommen. Willst du das? Mir ist auch nicht wohl bei der Sache, das Pferd auch nur eine Stunde länger bei uns zu haben. Aber es ist gerade die beste Möglichkeit, die Kinder so schnell es geht, in Sicherheit zu bringen. Fließen einen Tag noch. Und wird leise. Astanio. Bitte. Findet sie dich denn auch noch? Würde ich dem Meister überlassen. Ich denke, wenn man so laut summt, dass man das überall hören kann, dann findet man dich auch. Hattest du jetzt aufgehört zu summen? Astanio summt weiter und wird mit dem Schwert, das er dabei hat, Äste schlagen. Spätestens das wird man als Erkennungszeichen geöffnet. Ja. Ich würde Lena zu ihm gehen und gucken, dass sie dann um ihn rumgeht und sein Schwert und gucken, dass er das zurückblickt, zurückeröffnet. Ist das Pferd immer noch unruhig? Ja. Ja. Ich würde Lena gucken, dass sie ihr Schwert gegen Seins kreuzt. Astanio, bitte. Danach kannst du es morgen verscheuchen mit dem lautesten Gesang, wenn du willst. Mir ist auch wirklich nicht wohl dabei und sie fängt halt an, mit ihm, während sie geredet, mit ihm Sparing zu machen. Astanio wird sich darauf einlassen, aber wird stur das Lied weitersummen. Komm von deinem hohen Ross runter. Du willst doch, dass die Kinder geschützt sind, oder? Komm schon, die Kinder brüßen in Sicherheit. Wir brauchen zwei Tage oder drei Tage Länge, wenn wir zu Fuß gehen müssen, ohne das Pferd. Astanio wird nicht stoppen, bis das Lied zu Ende ist. Zumindest die Melodie des Liedes. Ich würde ihn dann immer versuchen, etwas weiter vom Lager wegzuziehen, ein bisschen, dass wir das in der Entfernung vom Lager zu halten und dann mit ihm weiter kämpfen. Schön, dass du mit mir redest. Hey! Und Astanio wird dir gegen ein Schienbein treten. Und zwar deutlich. Aua! Was war das? Und dir das Schwert an die Kehle halten. Elena wird das blockieren, das heißt, dein Schwert hängt vor ihrem Schwert. Ja. Man lernt am besten, wenn man seine Feinde im Auge behaltet. Schon klar. Trotzdem sollten wir das Pferd nicht länger bei uns halten, als es ist. Ich habe damit experimentiert. Das heißt, sobald man das Gebet ausspricht, nimmt es Schaden. Das Pferd kennt alle Gebete. Ich habe nur gesummt. Es ist nervös geworden. Es ist nervös geworden. Das heißt, es ist klug genug, um zu erkennen, dass ein Gebet kommen könnte. Das sollte uns allen einspringen geben. Wir werden das Pferd morgen los. Ja. Ich glaube, damit sind doch alle d'accord, auch wenn wir dann länger brauchen, was Jandrick nicht gefallen wird. Ich glaube nicht, dass wir alle damit d'accord sind. Und er wird zu Mora rüberschielen. Die Sache ist, die allen liegt der Fokus gerade auf den Kindern und dir ja auch. Deswegen bis morgen und nicht länger. deswegen. Wir haben hier einen Verrückten, der durch die Nacht versucht, irgendwelche Sachen zu verteidigen. Und wir haben jemand, der es lieber ist, ein Dämonenpferd dabei zu haben, als einen Schritt länger zu laufen. Ja, wir sind schon eine echt besondere Gruppe. Ganz zu schweigen von dir, der du auch als verrückt betreffend bist, von Jandrick. Und stell dich darauf ein, dass meine Tochter kein Wort mehr mit dir reden wird. Das ist mir inzwischen ziemlich egal. Und er lässt dich einfach stehen. Jelena seufzt, steckt das Schwert weg und folgt ihm dann zurück ins Lager. Naja. Solange ihr nichts tut, ist ihr sicher. Ja. Ja. So ereignisreich die Nacht war, so schnell geht sie dann doch vorbei und ihr findet alle keinen guten Schlaf mehr. Fühlt euch wie gerädert am nächsten Tag, als die Freios-Scheibe sich durch die dicke Wolkendecke quält. Also die Strahlen Freios-Scheibe sich dadurch quälen. Aber dennoch genug Licht bringen, um anzuzeigen, was ihr los müsst. Und ihr erreicht gezogen, der Wagen gezogen vom merkwürdig gezeichneten Pferd nun recht schnell, vielleicht schneller als Mora es gedacht hat, das Gehöft der alten Dame. Hendrik Oskar, 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 Oskar und Elina das erste Mal dort sehen die heruntergewirtschafteten Häuser, die Scheune mit dem eingefallenen Dach, das ehemalige Feld, was noch entzäunt ist mit einem eingefallenen Zaun. Vielleicht hat hier mal ein Maisfeld gestanden oder so. Mora war es noch, beim letzten Mal war es ein Weizenfeld. Aber hier sind noch einzelne verdorrte Maispflanzen zu sehen jetzt. Aber das eine mittlere Haus ist noch relativ intakt und Rauch steigt aus dem Kamin auf. Immerhin scheint jemand zu Hause zu sein. Können wir uns sicher sein, dass das die alte Dame ist? Das würden wir rausfinden. Normalerweise klopft man, wenn man Leute besucht. Können dir ja eine auf die Fresse geben, vielleicht gefällt dir das. Jandrick. Ich fühle mich nicht in Versuchung, mein Lieber. Sanio, Jandrick. Azene ausschlagen könnte ich auch noch. Manieren, die Herren, manieren. Benehmt euch, sonst schlage ich euch beiden ein rein. Muss ich das Wort manieren nochmal wiederholen? Und jetzt guckt sie auch zu Elena? Nein, nein, ich wollte nur klarstellen, dass die beiden Herren nicht die Einzigen sind, die Verordnung sorgen können, notfalls mit ein bisschen Gewalt. Mit einem lauten Knarz öffnet sich die Tür des mittleren Hauses und eine alte bucklige Frau tritt auf die Veranda, ihren Besen in der Hand. Mora steigt ab vom Karren. Esmeralda, schön euch wiederzusehen, keinen Tag gealtert seid ihr. Sie nestelt etwas in einer Tasche und holt eine Art Monockel heraus, setzt es sich auf das eine Auge, das andere fest zugekniffen. Mora zieht nochmal den Hut und geht mit einem sehr beschwingten Schritt, ganz anders, wie sie sich in den letzten zwei, drei Tagen gegeben hat, auf die alte Dame zu, legt den Hut vor die Brust und macht eine fast schon höfische Verbeugung vor ihr. Gute Frau, schön euch zu sehen. Langes her. Bist du das, Kindchen Mora? Natürlich, natürlich. Ich habe Fatih nicht mitgebracht, aber... Was macht ihr hier für einen Lärm? Ach, ich habe schon gedacht, es wären wieder diese Räuber. Räuber? Nein. Sollen sich nicht mal ertrauen, bringen den Besen zu spüren. Vor mir müsst ihr euch nicht fürchten. Ich habe ein wenig Besuch mitgebracht. Nein, nein, vor dir muss ich mich nicht fürchten, zum Locker wieder runter. Und wen hast du denn da mitgebracht? Freunde, kommt doch heran, stellt euch doch vor. Ich habe schon lange keinen Besuch mehr gehabt, ich könnte einen Kuchen anbieten. Oh, ich erinnere mich an euren Kuchen, der war vorzüglich, aber die Mühe, macht euch nicht die Mühe. ich habe noch einen fertig, irgendwo, sind noch ein paar Stücke, ich könnte klein schneiden, damit alle was davon haben. Gastfreundlich wie ihr und je, so kennt man euch, aber wir werden uns erstmal die Stiefel putzen und dann ich komme noch mit euch in die Stube. doch nicht, dass ihr den Schmutz der Straße mitbringt. Nein, das wollen wir doch nicht, ich meine, so schön das Haus, kommt herein, kommt herein, Moras Freunde sind meine Freunde. Und sie dreht sich um und guckt in die Runde der anderen, zieht eine Augenbraue und lächelt wissend. Dann wollen wir uns doch mal nicht lumpen lassen. Jandrick ist schon abgesprungen und folgt ihr. Lena hat sich während der Fahrt der letzten paar Minuten, die Fahrt, bevor wir ankamen, die Rüstung wieder ausgezogen, hat die unter die Decke gepackt und steigt jetzt einfach nur in normaler Kleidung mit einfach dem Kurzschwert an der Seite vom Wagen. Das ist so, wenn wir beim Wagen bleiben, einer muss ja schließlich auf die Kinder aufpassen. Soll ich dir ein Stück Kuchen rausbringen, mein Lieber? Nee, ist nicht nach Süßes. Geh rein und nimm deine Tochter mit. Ja. Komm schon, Fenja. Ihr das Haus betretet, tretet ihr in einen, ja, in einer, das Erste, was ihr wahrnehmt, vor allen Dingen, was Osko den Verwesungsgeruch aus der Nase treibt, ist ein dicker Teppich aus verschiedensten Düften, Kräuter, Räucherwerk, aber auch Kuchen, Backwaren, Süßes. Und auch der Rauch des Feuers, die Holzscheide, die jetzt knisternd Wärme verbrühten. Was in dieser nasskalten Jahreszeit war, ein wahrlich gutes Gefühl ist, jetzt in eine warme Stube zu gehen. Ihr seid eine begeisterte Bäckerin, gute Frau, man kann es riechen. Ja, sehr, ja, ich, mache nur noch kleine, keinen kleinen Kuchen für mich, ich erwarte ja nicht so viel Besuch, aber ich kann die Stücke so klein schneiden, dass wir alle noch was davon haben. Macht euch keine Umstände. Das, der große Raum ist relativ nüchtern eingerichtet, überall hängen Kräuter an der Wand, leichte Tiegelchen und Fläschchen in Regalen, kleine vereinzelte Schriftrollen und Bücher. Im zweiten Raum gibt es nicht, es gibt eine kleine Leiter, die auf den, auf den Boden führt, der auch offen einsehbar ist, wo man aber nichts sehen kann von hier unten. Eine Nische mit einer, mit Fellen ausgelegt, als Bettstadt und ein großer Tisch mit mehreren Schemeln, ein kleines Schreibpult, aber ohne Papiere und ohne Räder oder Kohlestifte und eine ausgebreitete Küchenzeile am Kamin, in der Nähe des Kamins und ein großer, großer Kessel, der allerdings jetzt auf den Kopf gestülpt an der Wand steht, nicht auf der Feuerstelle. Hier riecht es immer so herrlich. Daran kann man sich gewöhnen. Ist das so? Ja, wirklich. Es riecht wirklich großartig. Wie war euren Namen noch gleich? Ich glaube, wir haben es noch gar nicht vorgestellt, oder? Du kannst mich gern Oma nennen. Das machen fast alle. Das freut mich. Dann Oma, ich bin Osko. Freut mich wirklich, Sie, dich kennenzulernen. nicht mit Jandrick, Oma. Das ist mir eine Ehre. Sie kommt etwas näher zuerst zu Osko und zu Jandrick und kneift euch so in die Backe. Ja, ja, Jugend, Jugend. Stadtliche junge Kerle hast du hier mitgebracht, Mora. Oh ja, vielen Dank, Oma. Bisschen Hager. Nur die besten, die ich finden konnte. Aber ich glaube, ich habe vielleicht noch ein Tiefelchen Honig für euch. ich meine, hier und da müsste ich doch noch etwas haben. Honig ist sehr gut. Sehr gut. Ich brauchte noch Honig. Sehr, sehr schön. Oh, was ist das? Oh, eine junge Dame folgt sich runter zu Fenja. Wer bist du denn? Du bist ja eine ganz, ganz, wuschelt ihr so durch das Haar. Das ist meine Tochter Fenja. Ich bin eh leber. Das sieht man aber. Ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt man. Nicht wahr. Also ihr mögt Kinder schließlich daraus? Wer mag denn keine Kinder? Na ja, es geht schon hier und da, Leute, die bereit sind, Kindern alle möglichen schrecklichen Dinge anzutun, nicht wahr? In diesen Landen, ja, stimmt. Habt ihr recht. Röchterliche Sachen. In was für Zeiten leben wir wie bloß? Gut, dass sich hier von diesen Schuften niemand hierher traut. Warum nicht? Weil sie den Besen zu spüren bekommen, wenn sie kommen. Ich verstehe. Ja, sie weiß nicht zu verteidigen. Das ist... Erdrich guckt so. Mora hat wird immer ungeduldiger. Mora scheint nicht aus der Ruhe. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie hilft der Dame dabei, Tee zu machen und den Tisch ein wenig einzudecken und sie bewegt sich auch fast schon ein wenig anders als in den letzten Tagen auf der Reise, wo sie sehr pragmatisch und eher kurz angebunden war. Jetzt mimt sie die Gastgeberin zusammen mit der alten Dame und nimmt sich die Zeit, mit euch anderen Platz zu nehmen. Esmeralda, ich glaube, ich hatte da noch eine Kleinigkeit für dich. Habt ihr wieder eine Nachricht von meiner Schwester? Nicht nur das. Und sie greift in ihren Mantel, in eine der vielen Manteltaschen dort drin und neben einem kleinen Brief, den sie aus der Tasche zieht, hat sie auch ein paar an Handschuhen, fein gearbeitet, mit einer kleinen Schleife verziert, eher modisch, überhaupt nicht, pragmatisch oder zweckmäßig. Und sie wiegt diese zarten, bestickten Handschuhe in der Hand und hält sie der Dame hin. Ich hatte da etwas gefunden und ich musste direkt an euch denken. In Beilung sind sie mir in die Hände gefallen und ich weiß doch, wie sehr ihr schöne Stücke und gute Mode mögt. Und schiebt der alten Dame die zarten Handschuhe entgegen. Seit bis nach Beilung gereist, das ist aber ganz schön weit weg, Kindchen. Man kommt so rum, ich meine. Schön, schön, schön. Jemanden wie dich würde ich doch nicht vergessen und das ist noch von eurer Schwester eine Nachricht, ein paar Grußworte. Die lese ich später in Ruhe. Ich kann sie euch vorlesen, ich weiß ja beim schlichten Licht. aber genau später. Ihr seht aus, als hättet ihr hungrig. War da nicht noch jemand bei euch am Wagen? Will der nichts essen? Der auf das Pferd ruf. Jandrick hat sich währenddessen kurz in der Hütte umgeguckt und guckt nur nach draußen und meint, so geistes verloren, hat das Gespräch nur halb angehört. Also der Hof ist ja recht groß, fast zu groß für eine Person, findet ihr nicht? Ihr lebt hier ganz allein? Seit mein Mann verstorben ist schon, ja. Wäre Gesellschaft doch was Gutes, oder nicht? Nun, es traut sich ja niemand her. Also ich kann jetzt diesen, ich kann das jetzt nicht länger, Mora, können wir bitte? Dann sprich doch, Jandrick. Wir sind nicht zufällig hier, gute Frau. Eigentlich wäre Krabb ja eine Nachricht von der guten Mora bekommen. Ist immer, wenn sie bringt sie mir eine mit, wenn sie vorbeikommt. Ja, das ist richtig, aber wir sind, wir haben einen großen Umweg gemacht zu einem Ort, der uns sehr wichtig ist. Wir haben Zeit verloren wegen Ihnen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Wie könnte eine alte Frau wie ich euch helfen? Seht ihr den Wagen da draußen? Mit dem alten, verwirrten Mann? Ja, aber der war doch noch jung. Ja, immer eine Frage der Perspektive, nicht wahr? Nein, hinten im Wagen liegen drei Kinder. Verzeihung. Was? Irgendwelche Menschenhändler wollten sie verkaufen an die Er hält kurz inne, weil er was sagen wollte. jemand wollte sie verkaufen und wir haben das verhindert und unsere gute Mora ist der Ansicht, sie werden die richtige Frau, um auf sie aufzupassen, auf sie und die Kleine da. Wer verkauft den Kinder? Schreckliche Menschen. Wir können sie nicht mitnehmen, da wo wir hinwollen. Das geht nicht, das ist zu gefährlich. Wir brauchen jemand, der auf sie aufpasst. und dann dachtet ihr, ich könnte auf eine Horde Kinder aufpassen. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Esmeralda, es ist so, auf dem Weg, den wir gehen, können wir sie nicht mitnehmen. und wenn ich jemandem unter dieser Sonne in diesen Landen jemandem Kinder anvertrauen würde, ich weiß, ihr glaubt noch an die Zwölfen. Ich weiß, ihr seid eine gute Frau. Wo, wenn nicht hier und ein paar helfende Hände die braucht ihr doch bestimmt. Ich meine, vor euer Alter seid ihr rüstig. Überdurchschnittlich würde ich fast sagen. Aber so ein bisschen mehr Leben, so ein bisschen mehr Trubel, das wäre doch ganz schön. meine, seitdem euer Mann hier nicht mehr ist, ist das hier ein wenig ruhig geworden. Findet ihr nicht? Weiß ja nicht, wie es in den Dörfern so vor sich geht, aber wenn es schon so weit gekommen ist, dass man mit Kindern Handel treibt, ist das hier wahrscheinlich wirklich der beste Ort für ein Kind. Und das ist ein schrecklicher Gedanke. Ein schrecklicher. Schauspieler, dass es diesen Ort noch gibt. Ihr wisst gar nicht, was ihr damit Gutes tut. Vielleicht rettet ihr das Land sogar. Es übertreibt natürlich ein wenig. ich meine Gendrik ist dann manchmal ein wenig theatralisch. Ein Schauspieler, habe ich gleich erkannt. Schauspieler, natürlich. Nein, es ist, es tut, es tut mir so schrecklich leid, dass wir mit diesen Nachrichten so auf euch hereinprasseln und euch diese Last ans Bein binden, aber und Mora nimmt die Hände der Dame. Es ist wirklich eine Hoffnung, die wir uns klammern. Nun, wenn ich helfen kann, bin mir nur nicht sicher, ob ich die alle versorgen kann. Wie viel erachtet ihr, Werns? Vier. Und sie schaut auch auf Fenja. Und die alle so stattlich wie die junge kleine hier? Mindestens. Fenja war der Name, nicht wahr? Schöner Name, schöner Name. Erinnert mich an früher. Wo sind denn die Anderen? Dann ich schaue mal nach den Anderen und gebe Asthanio Bescheid. Und Mora erhebt sich und geht nach draußen, um ein Wörtchen mit Asthanio zu sprechen. Soll ich mitkommen? Oder leistet ihr doch Gesellschaft? Ich meine, ihr habt den Kuchen noch gar nicht probiert. Stimmt auch wieder. Gut, wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid, ja? Natürlich. Der Kuchen schmeckt grauslich. Anderen isst ihn ganz auf, das ganze Stück. Ja, ich lehne das aus. Okay, es ist was zu essen, ich esse ihn. Fenja verzieht das Gesicht. Du möchtest Apfelkuchen nie, von daher ist es okay. Ich mag keinen Apfelkuchen. Na, das müssen wir aber ändern. Das ist mit Abstand der beste Kuchen, den ich seit drei Wochen gegessen habe. Schauspielerische Schmeichelei. Aber ich finde die wirklich gut. Ja, es ist gut, auch die Äpfel sind erstaunlich gut. Ja, Roma, wenn ich fragen darf, seid sowieso hier ziemlich gut ausgestattet. Woher habt ihr all das? Ich hab Im Wald ist ein großer Apfelhain und einen Kräutergarten habe ich hinter dem Haus angelegt. Ach, was ihr nicht sagt. Es reicht nicht mehr ganz für das Feld. Mein Rücken wisst ihr, aber der Kräutergarten geht noch. Ich verstehe. Ihr kennt euch mit Kräutern aus? Jawohl, ich bin, als ich noch jünger war, so wie die Mora, da hab ich ganz viel Kräuter gesammelt, Tinkturen gebraut, Salben, wie witzig, Tees. Ist so ähnlich, was war eure, habt ihr in der Richtung gearbeitet oder was? Man sagte, man nannte mich ein Kräuterweib, schon immer. Und als ich dann meinen Mann geheiratet hab, der war hier Bauer, hab ich meinen grünen Daumen benutzt, um ihm eine gute Ernte zu ermöglichen. Er war zwar kräftig und fleißig, aber nie sonderlich glückhaft, was das angeht. Und als der Krieg dann ausbrach, dann ist er schnellstens von dannen gezogen und ist nicht wiedergekommen. Ja, das ist tut mir leid für sie. Dennoch, ich muss sagen, es freut mich, sowas zu hören. Gerade in diesen Landen ist das eine Seltenheit geworden. Eine Kräuterfrau ist Seltenheit. Nein, aber dass der Boden wohl gut Früchte trägt. Ich komme von... Da habt ihr recht, ja. Da braucht besondere Fürsorge. Nun, ich sehe, dass Moran näherkommt. Ansonsten, ich würde sehr gerne euren Garten sehen, wenn wir noch Zeit hätten, aber leider müssen wir uns beeilen. Aber ich denke mal, dass gerade Fen ja gut für die Gartenarbeit geeignet ist. Ich bin was? Kind, du brauchst nicht unbedingt die Kräuter zupfen. Du kannst doch die schweren Pfähle von den Zaun reparieren oder so etwas. Das denke ich auch, ja. Und Osko lächelt in Richtung Fenja. Kann das wirklich? Guckt so Osko an. Da bin ich mir ganz sicher. Wo sind Bleibende in die anderen jetzt? Ich denke, die werden nicht kommen. Mora wäre in der Zeit zum Wagen gegangen und auf was Tanja zu. Die Katze ist aus dem Sack. Die Kinder bleiben hier. würde ich dich keines Blickes wissen. Vielleicht haben wir unterschlagen, dass drei von vier Kindern nicht bei Bewusstsein sind. Aber ich hoffe, die anderen ich hatte gehofft, dass ihr etwas tun könnt. Ich habe schon dreimal gesagt, dass ich dagegen nichts tun kann. Und ich werde auch nichts dagegen tun. Wenn wir wiederkommen, wird sie mir den Kopf abreißen. Wenn wir wiederkommen. Und dann Asanio wird sie vom Bock runterbegeben, die Plane aufschlagen und eines der Kinder nehmen und wortlos an ihr vorbeigehen. Mora verdreht kurz die Augen, aber folgt dir erst mal. Er hat sich übrigens die Elfe genommen. Da ist ja der Jüngling. Oh, ein schlafendes Kind. Witzen Ohren. Ja, ähm, ist mir heil da. Oh, Es gibt da vielleicht eine kleine Komplikation, aber eigentlich eine Kleinigkeit. Sie sind bewusstlos und sie wachen nicht auf. Meinst du das, Mora? Ja, wie er sagt. Aber die eine, die ist bei Bewusstsein, wie ihr schon mitbekommen habt. Dann legt sie doch da drüben mal hin. deutet auf die Lagerstatt. Sonja wird die Elfe ablegen und wortlos wieder rausgehen, um das nächste Kind zu holen. Und das wird halt so lange machen. Das hat man dir bloß angetan, Kindchen. Alte kniet sich dann neben die Elfe. Wir hatten vermutet, dass es eine Art Zauberei vielleicht ist. Oder man hat den Kindern etwas gegeben. Vielleicht. Ich weiß nicht, was dieser, na, ist jetzt auch egal, was er mit dem vorhatte. ich mich aber nicht aus. Sie können aber auch nicht auf unserem Wagen bleiben, versteht ihr? Hier sind sie sicher in der warmen Stube bei euch. Und seht's mal so, schlafende Kinder machen keinen Lärm. Ich mag Kinderlärm. Vielleicht wachen sie aber ja auch wieder auf. Mitnehmen können wir sie nicht, das ist das Problem. Ich verstehe. Na dann Samban holt sie wieder ab. Sobald wir können. Verstehe. Oder sobald wir etwas gefunden haben, was sie aufweckt. Lügt Mora. Na dann ich merke irgendwie das Jan Trick war der Name nicht, war? So weiß ich ja. Dass sie schnell wieder fort wollt. Das tut mir leid aber ja Oma wir müssen wieder weg. Dann macht was ihr tun müsst. Irgendwie wirkt es besonders dieser schweigsame Jüngling da hinten, der die Elfe reingebracht hat. Wirkt so verbittert. Mach mal ein bisschen mehr. Da ist noch eine Kleinigkeit. Vielleicht braucht ihr ein Pferd? Stadion, nein. Soll ich damit ein Pferd? Ich hast Spaß. Nein. Und sie ein durchdringender Blick wirft Mora zu Jandri. Ich glaube er scherzt. Der Kuchen hat gute Laune gebracht. Er meint es nicht ernst. Das Pferd brauchen wir selber was wir haben. So viel Wärme und Frohsinn hat ihn ganz betrunken gemacht. So muss es sein. Nun dann wollen wir euch nicht weiter belästigen. Während ihr so spricht werdet ihr von draußen diesmal eine Melodie hören die ihr in der gestrigen Nacht gehört habt und diesmal mit Text. Bei Alan und Mora rennt raus und du siehst das Pferd schon los gemacht hat und weiter wag es dich und sie zieht ihre Schleuder. Aber Yandrek greift ihr in die Schleuder und du hörst auf seinen Lippen ein Gebet Borons immer lauter werden. Mora blickt wütend die beiden an. Habt ihr den Verstand verloren? Wir können das nicht behalten es muss entweder fliehen oder sterben. Was geht dir vor? Ach Oma wenn ich es euch verraten könnte ich würde es tun. Lass uns wieder reingehen. Was macht ihr da? Jüngerling Jüngerling was macht ihr da mit dem Pferd lasst das Pferd doch in Ruhe. Ich würde die Oma ein bisschen vor sich reinziehen. Astanio lässt sich nicht beirren er singt einfach weiter. Jendrit trägt vor er singt mit ein eigenes Gebet. Oma vertraue mir die beiden tun was sie glauben tun zu müssen. Alles gut. Nein das wird das Pferd nur sauer machen. Irgendwie glaube ich dass das ihre Absicht ist. Das könnte nicht gut werden. Wartet mal. Lasst mich los. Ihr zwei da. Geht beiseite. Astanio. Lena will zu Astanio gehen. Astanio sich weiter. Jadrik aber hält an. Tritt zur Seite schaut die Alte an. Ich knuffe ich Lena tacklet Astanio sein. Astanio warte. Sie holt wieder ihr Monockel raus zieht das an. Wisst ihr was es mit diesem Tier auf sich hat? Es sieht aus als wäre es das Tier vom Seelensammler. Was? Ja. Sowas in die Richtung hat ich vermutet. Wahrscheinlich hat er es mir verkauft. Das sei Silberstöcke. Gut 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 dann war das Sie beschwingt ihren Schritt und überholt Astanio. Du Pferd Schwinge. Weißt du, dass er Schwinge heißt, alte Frau? Nimmt das Pferd so an den Zaumzeug und holt den Kopf herunter zu sich. Kusch! Das Pferd steigt hoch, dreht sich und läuft in den Wald. Das traut sich nicht wieder her. diesem Pferd nicht? Gut, hätten wir das geklärt, wenn wir ihm nützt? Wir ihm nicht mehr. Ich glaube langsam, Oma, du weißt mehr, als du behauptest. Bis jetzt habe ich noch überhaupt nicht behauptet, irgendwas zu wissen. Hat sie recht. Bei ihrer Aktionen Ich weiß viele Dinge. Ich weiß zum Beispiel, dass man Schwinge nicht zornig machen sollte. Und das wisst ihr beiden anscheinend nicht. Aber jetzt wisst ihr es. Passt besser auf. Wo das Pferd ist, wirst auch seinen Reiter nicht weit. Und dem wollt ihr nicht begegnen. Zu spät. Dann muss ich euch fragen, ob ich für ein wenig Zeit auch meinen Wagen bei euch unterstellen kann. Ich bezahle dafür natürlich. Die Scheune ist eingefallen. Wenn ihr nichts dagegen habt, dass es nass wird, das Wägelchen in der Scheune. Alles von Wert nehme ich mit. Aber lasst es die Jünglinge tragen. Ihr habt sie gehört. Schiebt den Karren. Ein bisschen Anstand sollten der wohl haben, oder nicht? Jandrick lächelt zum Karren und fängt an, abzuladen, die Dinge, die wir brauchen. Daniel wird mit ernstem Gesicht Jandrick hinterher trotten und immer dabei helfen. Luda, Jüngling. Erst Tarnio, sie meint dich. Jüngling, gute Frau, ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gestochen. Was bist du dann? Sagen wir mal, zu schnell gealtert. Alt, du weißt nicht, was alt ist. Mit dem Alter kommt die Weisheit. Oh, und die hat er noch lange nicht erreicht, das kann ich nicht sagen. das sehe ich, das sehe ich. Aber mach dich nicht schuldreckig. Wie kommt er in diesen komischen Inquisitor Heine hier? Bitte? Seid ihr doch, oder? Ein Pryos-Jünger. Ich wiederhole die Worte von Jandrek. Ihr scheint mehr zu wissen, als ihr behauptet. Das weiß ich jetzt nicht. Pryos-Lied gesungen? Den habe ich aufgegabelt in einem ganz dunklen Ort. Das ist selten, dass man einen Pryos-Jünger in einem dunklen Ort findet. Ja. Er ist auch kein besonders guter. Können wir jetzt bitte abpacken? Wir haben es eilig. Elena nimmt ihr Bündel vom Wagen und es klingt schäppernd und legt es an die Seite vom Haus. Mora greift sich ihre Hab und Gut, was bisher alles auf dem Wagen lag. Das, was sie tragen kann, ihre Reiseutensilien, ihre Tasche, ihr Beil und ihre Schleuder. Sie setzt auch wieder den Hut auf und verstaut den Wagen mit den anderen in der eingefallenen Scheune. Mora Kindchen. Bitte, lass mir Reide. Lass auf den Brei aus Jünger auf. Ich trau denen nicht. Wie kommt ihr darauf? Was habt ihr gesehen? Schlechte Erfahrung gemacht. Spielen viel zu viel mit dem Feuer. Macht ihr das auch? Vollkommen recht. Ja. Dann hab immer ein Eimer Wasser dabei. Oh, glaub mir, ich hab ein Auge auf ihm und wenn er nochmal mit dem Feuer spielt, wie zuvor, dann wird es ihm vielleicht eine Hand kosten. Wir wollen doch nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Wasser reicht. Wasser. Ja. Wie ihr sagt, ich werde auf euch hören. Aber bei dem Temperament mit den beiden Gockeln in dieser Runde. Aber ich will euch nicht mein Leid klagen. Wir sind Ich werde mein Bestes geben. Wobei der eine scheint ja ganz vernünftig zu sein, der mochte meinen Kuchen. Der beste Kuchen Also der, der das nicht geschauspielert hat. Wer mag ihn denn nicht? Ja, eigentlich mag niemand meinen Kuchen. Wundere mich immer, wenn die Leute sagen, hm, ist das lecker. Ihr unterschätzt eure Backkunst, glaubt Und jetzt lügst du mich an. Ivo. Ich war immer ein dankbarer Gast. Schon verstanden. Ich habe mich um Kinder zu kümmern. Ich habe ja jetzt auf einmal einen Vierlingshaufen. Mora greift an die Seite ihrer Tasche und greift tief in ihre Geldkatze und wiegt ein paar silberne und goldene Münzen. Seufzt kurz und legt der Dame eine beträchtige Summe in die Hand für eure Muin und für eure Hilfe. Ich verwahr das gut auf. Vielleicht können es eines der Kinder gebrauchen. Irgendwann. Denkt doch ein wenig an euch und vielleicht finde ich auf dem nächsten Markt noch ein schönes Stück. Ich hätte eine Brosche gesehen, die würde vorzüglich zu diesem Kleid passen, wo ich jetzt so sehe. Eine Brosche könnte ich echt noch gebrauchen. Dann warte ich lieber bis ihr wieder kommt, anstatt mir die selber zu kaufen. Wartet auf mich. Ich werde Ausschau halten. Wo ist denn diese kleine Fenja? Oh, und auf die. Auf die müsst ihr ein wenig aufpassen. Sie hat das Temperament ihrer Mutter. Die einzige, die nicht magisch begabt ist von den anderen. Was? Und Moras Blick wandert auf die Gruppe, die am Eingang steht. einige Schritte entfernt. Gute Frau. Ich glaube, dieses Monokel, das ist Schauspielerei von eurer Seite, gibt es doch zu. Nein, ich habe schlechte Augen mit dem Alter. Oh, ich glaube, ihr seht sehr gut. Ich sehe das, was ich sehen muss. Ja. Und sie legt der Dame noch eine wohlwollende Hand auf die Schulter. Ich glaube, hier trennen sich unsere Wege. Macht's gut. Gehabt euch wohl und viel Gesundheit. Die Zwölfe mit euch. Auch der mit der Sonne. Wenn ihr Wert drauf legt. Ja, war besser lange kann mehr Und er packt sein Bündel und geht stumm voran. Lena stand die ganze Zeit so an Wurzeln, hat was unter ihrem Kragen hervor genommen. Hätte so, jetzt zieht er eine Kette aus, ist nicht die Kette mit dem Löwen, sondern eine andere Kette, ein kleines quadratisches Medaillon. Sie schaut sich nach Fenja um. Steht da. Geht die Lena auf sie zu, kniet sich vor ihrer Tochter hin, legt ihr die Kette um den Hals. Du musst hier bleiben. Du kannst nicht mitkommen. Ich weiß. Das hier, die Kette, hab ich von meiner Mama bekommen, als ich 17 geworden bin. Das ist ein Familienerbstück. Pass gut darauf auf, ja? Ich komm's mir wiederholen. Und stell keinen Blutzen an. Ich pass drauf auf. Helena drückt die Kleine, drückt die einen Kuss auf die Wange. Steht auf. zurück. Steht dann auf, schwankt ein bisschen, geht an die Seite, holt ihr Bündel und geht zu Fenja. Vielleicht möchtest du den guten Boku ein bisschen füttern. Bestimmt Hunger. Komm mit. Die beiden verschwinden im Haus. Sind wir soweit? Lena ist schon losgegangen. Wir sind soweit. Wir sind soweit. Lass sie stehen, schaut über die Schulter. Siehst es längst in ihren Augen. Wir werden Erfolg haben. Werden wir. Und wir bringen ihr eine bessere Zukunft. Ein besseres Land. Das ist das Ziel. Das Ziel liegt im Westen. Auf geht's. Auf geht's. Wollen sein mit uns. Die Zwölfe mit uns. Die Zwölfe mit uns. Zwölfe mit uns. sei. So sei es. Mit diesen Worten verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Ja. Das war die alte Dame. Haben wir doch noch hingekriegt. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das war okay für euch. Ja. Ich hab's nicht gemerkt. Ganz ehrlich. Haben wir überzogen? Ja, wir haben fünf vor elf. ist ein gutes Zeichen, wenn man das nicht merkt. Ich hab keine Uhr, wo ich gucken kann. Die ist so toll. Die ist so toll. Die weiß mehr als wir alles zusammen. Oh ja. Ganz ehrlich, der Spruch mit ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, lässt mich ein bisschen mit einem unwohlen Magengefühl, weil alte Dame, die mit Preausgeweihten keine gute Erfahrung Sie hat erkannt, dass die drei Mädels magiebegeabt sind. Ich würde ihr unterstellen, dass sie mal in Beilung war. Wenn sie einen Buckel hat. Ganz komisch, das hätte ihr mit einem Schwert mal ordentlich in den Rücken gehauen. wenn es das war nicht hofft. Ja, ist das etwa ein buckligen Rassismus, was Daniel entwickelt hat? Und einer schlechten Erfahrung? Ja, nee, gut, das könnt ihr euch auf den Weg machen, rüber zum Ball. Ja, auch für den Tod. Ja, ich muss aber gleich dazu sagen, für die Leute, die jetzt erwarten, dass es jetzt schnell weitergeht, am 17. fällt unsere Runde hier leider aus. Da habe ich einen anderen Termin, den ich wahrnehmen muss. Abkommen danke fürs Koala-Kraulen. Sehr, sehr anständig. Dankeschön. Aber dafür haben wir dann am 31. Halloween haben wir dann eine schöne Folge, vielleicht spulen wir ein bisschen vor und erlecken dann schon den Todeswahl. Mal schauen, ob ich das noch runterkriege. Aber da wir heute sehr viel von den ganzen Traumsachen gemacht haben, steht dem eigentlich nicht viel im Wege. Ja. Wieso hast du das nicht erwartet? Du bist auf dem Kanal von Koala-Lieb am Koop. Hier gibt's nur Koalas. Also fast nur. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Leiten. Oh ja. Ja, ja. Wenn's euch Spaß gemacht hat, ja, könnt ihr ruhig ein bisschen Koala-Scraulen hier auf Twitch oder später auf YouTube irgendwie einen Daumen hinterlassen, einen Kommentar schreiben oder so, da freuen wir uns immer drüber. Reichen die auch alle weiter. Kluge alte Damen sind in DSA immer irgendwie Hexen. Kann das sein? Hat keiner gesagt, dass sie eine Hexe ist. Ja. Gut. Und wir sehen dann vielleicht beim nächsten Mal den Todeswall. Mal schauen, ob wir das erreichen, dahin kommen. Viele Informationen heute gekriegt. Gucken, das müssen meine SpielerInnen auch noch ein bisschen aufarbeiten, denke ich. Aber gut, dass man das alles noch ein bisschen nachhören kann. Oh ja. Sehr, sehr schönes Rollenspiel. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen ich hatte zwischendurch ein paar Schweißperlen auf der Stirn, ob das denn gut gehen kann. Oh ja. Hammergeil. Richtig gut. Naja, irgendwie rauft ihr euch ja zusammen. Kommentar für YouTube ist schon in Arbeit. Sehr, sehr schön. Damit filtert ihr auch den Algorithmus. Genau. Und empfehlt uns gerne weiter. Also entweder raufen wir uns zusammen oder wir raufen uns eben mal. Oder wir zerrauchen uns. Oder wir zerrauchen uns und zerreißen uns. Ich kann alles wieder heile machen. Ich denke aber auch, die zwei Schläge von Yandrick, die hat Astanio mal gebraucht. Der braucht einfach jemanden, der ihm kontravietet. Das Austoben mit Ylena war vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. Ja, 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 ja. Lenne Sparing. Witzig mal schauen. Ich wäre da jetzt mal nicht ganz zu sicher dran. Ja. Auf jeden Fall raufen, sagt der Gevatter. Ja, okay. Also falls ihr die die Zeit zwischen den zwischen den Runden nicht nicht erwarten, nicht im Abwarten könnt. Nächste Woche ist auf jeden Fall noch Phileason auf diesem Kanal zu sehen. Am Montag kriegt ihr eine neue Folge von neulichen Aventurien um die Ohren. Und zwar auf den Podcast-Kanälen auf den üblichen und auf YouTube. Da könnt ihr auch mal reinhören, dass da dieses Mal das Thema äh, meistern. Äh, nee, lass mal. Ich spiele lieber. Und, äh, wenn euch das irgendwie was erzählt oder irgendwie irgendwas zu euch sagt, ruhig da rein. Wir haben ein bisschen schwadroniert über das Spielleiten. Ähm. Und über das Spielen. Und ob das was unterschiedliches ist oder nicht. Und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen ausgeartet. Höre ich mir aber sehr gerne an. Sehr guter Stream. Und ansonsten könnt ihr mal auf der Homepage vom Marod vorbeischauen. Da gibt's nämlich ganz viel zu, äh, nachzuholen, wenn ihr da noch nie wart. Da gibt's nämlich auch, äh, Rollenhörspiele. Ja, morgen oder übermorgen. Ich hoffe, ich krieg's morgen hin. Wird auch was Neues kommen. Ähm, etwas, was mal nicht von mir geschnitten ist. Also hat, äh, jemand anders geschnitten. Changeling the Lost kommt ein One on One. Ähm, ich will noch nichts verraten, aber das wird auch sehr, sehr gut. Ja, Changeling the Lost ist sehr cool, ja. Hm. Ja, beim Kacko gibt's hin und wieder mal so einen Mahlstammtisch in letzter Zeit? Ja, genau, quasi. Ich, ähm, ja, kann auch schon mal verraten, dass man, ähm, auf jeden Fall kommenden Samstag hoffentlich dann auch wieder was von mir sieht in Livestream. Der letzte ist ein bisschen, äh, kleiner ausgefallen, weil ich technische Problemchen hatte. Ansonsten, äh, nicht auf meinem Kanal, aber wenn alles glatt läuft und der Termin noch angetragen wird, ich sehe gerade, der Nordpull steht ja nicht, spielen wir nämlich morgen eine weitere Runde, ja, finde ich auch. Er muss dem Lucky nochmal auf die Finger hauen. Da spielen wir nämlich, ähm, beim D-Rex auf dem Twitch-Kanal, ähm, Witchcraft and Wizardry, Witchcraft and Wizardry, das ist ein Wort, ähm, äh, geleitet vom guten Lucky Lucano. Ähm, da gehen wir schon, glaube ich, in die fünfte Folge. Und, äh, das ist aus, ähm, also ein, ein Projekt der SL-Austausch-Challenge. Und, äh, ja, da sind wir quasi im Finale. Das ist sehr cool. Es geht um, äh, gestohlene Nägel. Mehr sag ich nicht. Ist aber auf jeden Fall sehr cool, lohnt sich. Da fällt mir jetzt keine passende Überleitung ein mit Nägeln zu Rossis-Kanal. Äh, ja, äh, bei mir geht's momentan eher was auf YouTube tatsächlich als auf, äh, Twitch. Ähm, ich hab nämlich endlich wieder die Zeit und die Muße gefunden, die, äh, Videos zu schneiden. Da geht's momentan, ähm, meistens, ähm, Valheim. Momentan. Äh, wird da, dann wird ein bisschen darüber sparodiert, was so, was so gerade los ist oder was so mir gerade in den Kopf kommt. Und wird dann nebenbei, ähm, werden dann halt ein paar Viecher geklopft, die ich jetzt beispielsweise schon, äh, mit Namen, äh, 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 betitelt habe. Äh, ja, ansonsten gibt's dann und wann mal kleine Animationen über, den, über Thema, über, über verschiedenste Themen. Gerade hab ich eine neue Reihe sozusagen aufgemacht, was mich als Designer wirklich aufregt. Da ist jetzt schon heute die zweite Folge rausgekommen. Aufregen kann sich da aus sie sehr, sehr gut. Da ist der King drin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, äh, Sierra hat auch einen Kanal, auf den ihr mal rumgucken könnt, auf Twitch. Genau. Im Moment ist es eher ruhig um mich geworden auf Twitch, aber, aber, äh, ich werde in zwei Wochen den Sonntag nutzen, da wir ja nicht hier sind, dachte ich mir, äh, werde ich das Ganze mal nutzen und eine kleine Runde vor The Queen spielen. Das ist ein Erzählspiel, was man auch sehr gut abwandeln kann und eben die World of Darkness übertragen kann. Wer da eine kleine Runde sehen will, kann, äh, in zwei Wochen am Sonntag mal einschalten. Ähm, vielleicht möchten die Spieler, mit denen ich das verabredet habe, das ja auch auf meinem Kanal mit mir teilen. Äh, ansonsten wurde ich außerdem vom Kako gechallenged. Äh, der sagte nämlich, es ist Zeit aufzuhören und nur zu spielen und es ist Zeit anzufangen und zu leiten. Ähm, ja, und das heißt, eine Runde Vampire The Masquerade in der fünften Edition als One- oder Two-Shot ist auch, genau, das finde ich nämlich auch, auch geplant. Das heißt, wir werden in eine düstere Stadt abtauchen und es gilt, einen Mord zu vertuschen oder aufzuklären. Man weiß es nicht. Ja, Elanor könnt ihr übrigens auch folgen, warum, äh, da, doch, ja, wo sind wir doch, hier auf Instagram nämlich folgen. Ja, kleinen Instagram-Kanal, wo hin und wieder mal kein Rollenspiel-Content kommt, sondern einfach so Sachen aus dem Leben, ein paar Sachen. Ich hatte jetzt letztens mal Bilder gepostet, wo ich reiten war. Ja, und ansonsten sieht man nämlich dann, denke ich mal, in zwei Wochen bei Sierra Streams, wo ich jetzt gerade erfahren habe, dass wir das streamen werden. Das steht noch zur Diskussion. Das steht noch zur Diskussion. Vielleicht wird es gestreamt. Ich würde mich freuen, wenn es klappt, wenn da alle zustimmen. Ansonsten, naja, spielen wir für uns und wir können beim Berichten beim nächsten Mal, wenn wir spielen. Ja, so, das ist so mein Kanal. Schaut mal vorbei. Es kommt diverser Content bei mir auf dem Instagram-Kanal. Und Werbung für diesen Kanal, für diese Stream auf jeden Fall. Ist für die jungen Kids Pflicht-Instagram. Ja. Die jungen, der schon bei TikTok, da war schon, bist du mit Instagram ja schon alt. Ja. Naja, gut. Wir sehen uns dann mit der Splitterdämmerung am Halloween wieder und machen dann hier eine kleine Party mit Kürbissen oder so. Ja, Kürbisse. und feiern die Nacht vor Allerheiligen und naja, eigentlich müsste ich ja in meiner, in meiner, nach meinem Studium ja sagen, dass wir gar nicht Halloween, sondern Reformationstag feiern dann. Aber gut. Das passt einfach zu gut für das Setting der Splitterdämmerung. Ja, genau. Das passt gut. Gut. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.